Hallo, da bin ich. Schönen guten Abend alle zusammen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Schönen guten Tag. Heute soll es ja darum gehen, dass wir uns mal über Eigentum unterhalten, beziehungsweise ich mich mit euch über Eigentum. Es soll um Commons gehen, Gemeingüter. Und in der Recherche oder dem Zusammenstecken dieser Themen für diesen Stream habe ich dann festgestellt, dass es ganz viel mit dem Thema Spieltheorie zusammenhängt. Und dass ich da was habe, was ich euch zeigen möchte. Und das wird spannend, ich habe da Lust drauf. Und damit fangen wir gleich mal an. Vorher noch kurz. Ich musste feststellen, oder ich durfte feststellen die Woche, dass ich kurz dran vorbeigeschrappt bin, eine kleine Internetpersönlichkeit zu werden. Ich habe ein Video nämlich hochgeladen, wie letzte Woche angekündigt. Ich war im Bereich bei der Initiative Klimafasten mit dabei. Und da habe ich diese Woche den Beitrag, einen Videobeitrag auf Instagram beigesteuert, zum Thema bewusst digital sein. Da habe ich ein bisschen mitgefilmt, wie ich so meine Spaziergänge mache und dazu einen Text formuliert, wo ich darüber spreche, dass mein Handy immer auf stumm ist als Bundestagskandidat. Und da sind tatsächlich schon ein paar hundert Klicks zusammengekommen. Das hat mich total gefreut. Ich hätte ja wirklich nicht gedacht, dass überhaupt irgendwas, was ich jemals irgendwo poste oder veröffentliche, mehrere hundert Klicks bekommt. Also da bin ich schon mal richtig froh drüber. Hat mich total gefreut. Das habe ich nicht erwartet. Und ja, wenn ihr das euch gerne angucken wollt, ich würde es natürlich auch gerne im Stream zeigen. Geht aber nicht, weil die Musik, die ich dafür verwendet habe, für Twitch und YouTube nicht lizenziert ist. Das heißt, ich kann es jetzt leider nicht hier zeigen, aber wer es gerne sehen möchte, auf Instagram, der Beitrag, also die Klimafasten läuft unter dem Account, so viel du brauchst, einfach zusammengeschrieben, so viel du brauchst. Und auf meinem Account selber, Instagram, Klaas Goldenstein, findet man das Video auch. Also, würde mich natürlich freuen, wenn das noch ein paar sich gerne angucken und das mitnehmen für diese Woche. Denn die Aktion ist ja, diese Klimafastenwoche steht unter dem Stern, bewusst digital sein. Muss ich mich denn all dem aussetzen, was um mich herum passiert? Muss ich immer dabei sein? Muss ich immer vor dem Bildschirm sitzen? Und dass ich das auch bewusst mal sein lassen kann. Ja, an der Note finde ich es großartig, dass ihr euch trotzdem heute Abend hier von Bildschirm gesetzt habt. Wir haben ja schon alle ziemlich viel Screentime schon über die Woche. Deswegen bin ich natürlich immer umso dankbarer, wenn Leute den Wiki herfinden und Lust haben, mit mir zwei Stunden am Donnerstagabend zu verbringen. Aber dann legen wir mal los. Was ich euch heute mitgebracht habe, ist wieder ein Video. Und zwar dieses Mal auch von MyLab. Da hatte ich ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Wir haben auch ein Funk-Video genommen. Letztes Mal habe ich auf ein Funk-Video reagiert von dem Kanal Die da oben. Das ist ein politischer Kanal. Der Kanal MyLab ist auch von Funk, ist aber halt ein Science-Kanal, ein Wissenschaftskanal, ein Erklärkanal, wo super viele Sachen erklärt werden von den Inhaltsstoffen von Kosmetika bis hin zu politischen Themen oder jetzt zuletzt auch zum Thema Corona. Einige gute Informationen. Der ist vor allem entstanden durch die Chemikerin, die ihr jetzt hier auf dem Bildschirm seht. MyT, Nyon, Kim. Und die finde ich großartig. Und der Witz ist, ich habe wirklich in der Recherche hier überlegt, gibt es denn eine einfache Zusammenstellung von der Tragik der Commons, also der Tragik der Almende, die Tragik der Allgemeingüter. Da werdet ihr gleich noch was von hören. Und wirklich der erste Hit, den ich auf YouTube hatte, war direkt ein Video von MyLab. Und ich dachte, großartig, dann nehme ich das. Und zeige euch das als Einstieg. Denn mein Einstieg in das Thema würde auch 14, 15 Minuten dauern. Dieser Einstieg hier dauert 14, 15 Minuten. Und ich bin mir sicher, dass ich es nicht besser könnte, als es hier passiert. Und es wird aber jetzt anders sein als die letzte Woche. Letzte Woche habe ich ja immer wieder zwischendurch gestoppt und reagiert. Oder irgendwelche, wie meine Meinung gesagt. Das werde ich hier nicht machen, weil es ihm wirklich einfach nur um den Inhalt geht, den mal eben straight und in guter Form erklärt zu bekommen. Das ist das einzige Ziel. Also ich werde jetzt hier, ihr müsst jetzt nicht erwarten, dass das wieder so eine halbe Stunde wird. Auf geht's. Freunde der Sonne, Grüße aus den Rocky Mountains. Ungewohnte Location, aber dafür ein umso vertrauteres Thema, das garantiert jeder von euch in irgendeiner Art und Weise kennt. Nämlich Dinge, die uns allen gehören, beziehungsweise die für uns alle da sind, werden meistens scheiße behandelt. Was meine ich damit? Naja, zum Beispiel ist mir beim Wandern aufgefallen, egal wie idyllisch es irgendwo ist, egal wie schön, all die Schönheit hat ein Ende. Und zwar hier. Öffentliche Toiletten sind immer, immer ekelhaft. Niemand pinkelt bei sich zu Hause auf dem Boden. Und trotzdem ist es quasi ein physikalisches Gesetz, dass der Boden von öffentlichen Toiletten vollgepinkelt ist. Oder niemand schmeißt bei sich zu Hause Müll in den Garten. Und trotzdem ist es praktisch unvermeidbar, dass öffentliche Gelände nach einem Festival oder ähnlichem sich in große Müllhalden verwandeln. Warum ist das so? Weil es halt immer egoistische Arschlöcher gibt, die alles kaputt machen. Könnte man jetzt sagen. Nur ganz so einfach ist es nicht. Warum wir an öffentlichen Toiletten oder Festivalgeländen scheitern, ist eine Wissenschaft für sich. Und diese Wissenschaft unseres Scheiterns, die schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Tja, das Problem ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst und hat seit rund 200 Jahren auch einen Namen. Nämlich Tragedy of the Commons oder Tragödie des Gemeinguts. Gemeingut ist etwas, das uns allen gehört, beziehungsweise das für uns alle da ist, das wir uns alle teilen. Das können öffentliche Toiletten sein, öffentliche Gelände. Im Kleinen kann das aber auch die geteilte WG-Küche sein. Im Großen die Sauberkeit unserer Ozeane oder das globale Klima. Und überall, wo wir uns Güter teilen, Tragödien. Denn wo Güter geteilt werden, gibt es auch immer Menschen, die das knallhart ausnutzen, die nichts zum Allgemeinen Wohl beitragen, aber trotzdem davon profitieren. Das hat natürlich was damit zu tun, dass wir Menschen egoistisch handeln. Aber das Problem ist noch viel, viel schichtiger als das. Es ist, wie gesagt, eine Wissenschaft, die vor allem von Wirtschaftswissenschaftlern und Psychologen intensiv erforscht wird. Unter anderem im Labor. Unser menschliches Sozialverhalten lässt sich nämlich experimentell abbilden, indem man Menschen Spiele spielen lässt. Jetzt wird's spannend. Ein Experiment, das die Tragödie des Gemeinguts sehr gut abbildet, ist das öffentliche Güterspiel. Sagen wir, du spielst zusammen mit noch drei weiteren Spielern. Jeder von euch spielt anonym, zum Beispiel über einen Computer. Jede Spielrunde bekommt jeder einen Euro. Diesen Euro kann man entweder für sich behalten oder man kann ihn in den öffentlichen Topf werfen. Denn alles, was in den öffentlichen Topf kommt, wird verdoppelt und anschließend durch viergeteilt und gleichmäßig in alle wieder ausgezahlt. Solange irgendjemand was in diesen öffentlichen Topf wirft, geht das Spiel weiter in die nächste Runde, wo dann wieder jeder einen Euro bekommt. Sagen wir, jeder von euch vieren gibt seinen Euro in den öffentlichen Topf. Das Ganze wird verdoppelt auf acht Euro und so kriegt jeder von euch zwei Euro wieder zurück. So gewinnt jeder Mitspieler diese Runde einen Euro. Gemeingut verlangt immer Kooperation, Zusammenarbeit. Ich muss jetzt für das Allgemeinwohl immer irgendwas aufbringen. Sei es jetzt Zeit, Mühe, Verzicht, Geld. In diesem Fall jetzt einen Euro. Aber wenn alle beitragen, haben auch alle was davon. Wenn alle zusammenarbeiten, profitiert jeder. Wenn jeder jede Runde seinen Euro reingibt, können alle ewig weiterspielen und so unendlich reich werden. Das ist langfristig natürlich das Best-Case-Szenario. Was für alle am besten ist, ist langfristig auch für den Einzelnen am besten. Diese Spielregel gilt auch oft im echten Leben für geteilte Güter. Das WG-Geschirr zu spülen ist immer noch besser, als am Ende in einer verdreckten Küche zu leben, in der es für niemanden mehr sauberes Geschirr gibt. Auf die Flugreise zu verzichten, ist am Ende immer noch besser als die Folgen des Klimawandels. Weniger zu fischen ist am Ende immer noch besser als ein leergefischtes Gewässer, in dem dann niemand mehr fischen kann, weil die Population langfristig eingebrochen ist. Also nochmal, was für alle am besten ist, ist langfristig auch für den Einzelnen am besten. Doch leider sind diese Spielregeln auch so gestaltet, dass egoistisches Verhalten kurzfristig belohnt wird. Das soziale Dilemma. Sagen wir, du legst deinen Euro in den öffentlichen Topf, bekommst aber nur 1,50 Euro zurück. Dann weißt du, ein Mitspieler hat egoistisch gespielt und seinen Euro für sich behalten. Nur drei Mitspieler haben ihren Euro in den öffentlichen Topf gegeben. Die wurden dann auf 6 Euro verdoppelt und gleichmäßig in alle 4 ausgezahlt. Also 1,50 Euro für jeden. Du hast zwar immer noch 50 Cent Gewinn gemacht, aber der Arsch, der den Euro für sich behalten hat, hat natürlich 1,50 Euro Gewinn gemacht. Nur was heißt Arsch? Wenn ich bei diesem öffentlichen Güterspiel rein wirtschaftlich denke, dann ist es kurzfristig immer besser, den Euro für sich zu behalten. Denn nicht nur bekomme ich so definitiv mehr Geld raus, sondern ich vermeide sogar das Risiko, vielleicht der einzig Blöde zu sein, der seinen Euro in den öffentlichen Topf gibt und dann auch noch Verlust macht. Die Spielregeln erschaffen also ein sogenanntes soziales Dilemma. Soziales Dilemma heißt, was in diesem Moment am besten für mich ist, ist nicht das, was am besten für das Gemeinwohl ist. In diesem Moment ist es für mich am besten, ins Flugzeug zu steigen und einen schönen Urlaub zu haben. In diesem Moment ist es für mich am besten, den Geschirrberg in der WG-Küche zu ignorieren. In diesem Moment ist es für mich am besten, den Euro zu behalten. Es ist also nur nachvollziehbar, dass Menschen dieses Spiel so spielen, dass sie gewinnen. Nur der Gewinn ist nicht von Dauer. Ich bin doch nicht der einzige Blöde. Sobald du feststellst, dass dein Mitspieler seinen Euro für sich behalten hat, denkst du dir natürlich, ich bin doch nicht so blöd und spende mein Euro für das Allgemeinwohl, während irgendwelche Schmarotzer nichts machen und behältst dein Euro die nächste Runde für dich. Dieser Gedanke, ich bin doch nicht der einzige Blöde, spielt auch eine große Rolle bei Themen wie Umweltschutz. Wieso sollte ich meinen alten Diesel stehen lassen, während die Amis mit ihren SUVs die Luft verpästen? Wieso sollte ich Plastikmüll reduzieren, während in China der Müll in die Flüsse gekippt wird? Aber auch Sachen wie, wieso sollte ich pünktlich zum Gruppenmeeting kommen, wenn ich doch dann eh wieder auf die typischen Zu-Spät-Komma warten muss? Zurück zum Spiel. Falls du jetzt immer noch eines Gemeinwohl glaubst und dein Euro doch nicht für dich behältst, dann macht es halt jemand anderes aus der Runde, ziemlich sicher. Und dann sind wir auch schon an dem Punkt, an dem das Spiel scheitert. Sobald nur noch zwei Spieler ihren Euro in den öffentlichen Topf geben, machen diese beiden Spender gar keinen Gewinn mehr, während die beiden Egoisten dazu gewinnen. Und spätestens dann denken sich die Spender, fuck you. Keiner hat jetzt mehr Bock, was in den öffentlichen Topf zu geben. Das Spiel bricht zusammen. Keiner kann jetzt mehr gewinnen. Alle sind gescheitert. Das ist die Tragödie des Gemeinguts. Gut, unser Beispiel ist jetzt eine sehr einfache Variante des öffentlichen Güterspiels. Man kann dieses Spiel natürlich auch mit viel mehr Spielern spielen. Man kann auch die Regeln etwas komplexer gestalten. Zum Beispiel, indem die Leute nicht ihren ganzen Euro reingeben müssen, sondern entscheiden können, welchen Teil davon sie reingeben. Zum Beispiel 30 Cent oder 70 Cent. Doch wie auch immer man dieses Spiel spielt und egal mit wem und egal wo, also egal in welcher Kultur, das öffentliche Güterspiel ist zum Scheitern verurteilt. Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Tragödie des Gemeinguts eine ziemlich sichere Kiste. Das heißt, wenn mal wieder öffentliche Güterscheiße behandelt werden, gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund zur Überraschung oder Entrüstung. Es kam halt mal wieder, wie es kommen musste. Aber zum Glück heißt das nicht, dass wir jetzt machtlos zuschauen müssen, wie wir jetzt alle gemeinsamen Güter zerstören. Es sind die Spielregeln, die zum Scheitern führen. Erstens, das soziale Dilemma. Solange die Spielregeln so gemacht sind, dass die egoistische Entscheidung kurzfristig den größten Gewinn oder den geringsten Verlust bringt, wird die Tragödie des Gemeinguts eintreten. Früher oder später. Solange Kurzflüge billiger sind als Bahnfahrten, wird sich die umweltfreundliche Variante nicht durchsetzen. Zweitens, Anonymität. In unserem öffentlichen Güterspiel sitzen die vier Spieler ja nicht gemeinsam an einem Tisch, sondern das Spiel ist anonymisiert. Außerdem können die Spieler nicht miteinander kommunizieren. Man hat also keinen Einfluss auf das Verhalten oder die Entscheidung der anderen. Deswegen ist es noch ziemlich einfach, eine WG-Toilette sauber zu halten. Aber bei einer öffentlichen Toilette kann niemand mehr nachvollziehen, wer welche Sauerei hinterlässt. Und derjenige, der die Sauerei hinterlässt, trägt auch nicht die Konsequenzen. Und entsprechend sehen die Toiletten dann auch aus. Das heißt aber auch, dass wir Kooperation fördern können, wenn wir die Spielregeln ändern. Wir können versuchen, die Tragödie zu durchbrechen. Und genau das versuchen auch Forscher im Labor in Experimenten mit dem Ziel, gute Spielregeln finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in einem öffentlichen Güterspiel die Kooperation zu stärken. Zum Beispiel kann man die egoistische Entscheidung weniger belohnen oder sogar bestrafen. Geldstrafen zum Beispiel können ziemlich effektiv eingesetzt werden. Für den Bereich Umweltschutz zum Beispiel heißt das, dass wir umweltfreundliche Produkte oder Dienstleistungen subventionieren können und dafür dann Kerosin ordentlich besteuern können, damit Fliegen teurer wird. Doch besonders interessant finde ich Maßnahmen oder Spielregeln, die unser grundmenschliches soziales Verhalten geschickt ausnutzen. Denn dass wir Menschen anderen Menschen helfen wollen, ist mehr als nur Gutmenschentum. Reziprozität. Anders gesagt, wie du mir, so ich dir. Mein kooperatives Verhalten heute kann mir in Zukunft Vorteile bringen. Und mein egoistisches Verhalten heute könnte mich in Zukunft bestrafen. Besonders deutlich wird das, wenn das öffentliche Güterspiel mit nur zwei Teilnehmern gespielt wird. Prisoners Dilemma oder Gefangenen Dilemma heißt es dann. Man kann das Spiel so spielen, dass der Spielpartner jede Runde gewechselt wird, es aber eine Wahrscheinlichkeit gibt, auf jemanden ein zweites Mal zu treffen. Und je höher die Chance ist, auf diese Wiederbegegnung, desto besser kooperieren die Leute. Klar, denn wenn ich jemanden einmal ausnutze, dann kriege ich das beim zweiten Mal garantiert zurück. Doch selbst wenn man niemals auf denselben Spielpartner wieder trifft, gibt es trotzdem noch soziale Anreize zur Kooperation. Indirekte Reziprozität. Wenn ich einem Menschen helfe und andere bekommen das mit, dann sind die auch eher dazu bereit, mir zu helfen. Hier geht es also um persönliches Standing, um den Ruf, um die Reputation. Beim Gefangenen Dilemma beobachtet man eine erhöhte Kooperation, wenn man den Spielern vor jeder Runde mitteilt, wie die anderen jeweils bisher gespielt haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehr oft meinen Euro für mich behalten habe, habe ich eine schlechte Reputation und die anderen haben keinen Grund mir zu trauen. Eine gute Reputation entgegen wird mit Kooperation belohnt. Und das funktioniert nicht nur im Labor. Nehmen wir mal ein Beispiel hier aus den USA. Fast jedes Haus hier hat eine Klimaanlage. Selbst dieses Tiny House. Wenn es im Sommer jetzt sehr heiß wird und alle volle Kanne ihre Klimaanlage aufdrehen, kann es im Ernstfall zu einem Blackout, also zu einem Stromausfall kommen. Und dann sitzen da alle in der Hitze. Klassisches Gemeingutproblem. Also warum sollte ich jetzt meine Klimaanlage ausmachen und schwitzen, um einem Stromausfall vorzubeugen, während mein Nachbar im Kühlen sitzt. In dieser amerikanischen Studie wurde die Bereitschaft von Anwohnern untersucht, bei einem Blackout Prevention Program mitzumachen. Also bei einem Stromausfallvermeidungsprogramm. Dieses Programm funktioniert so, man erklärt sich dazu bereit, dass in Zeiten von besonders hohem Stromverbrauch der Stromanbieter per Fernbedienung bestimmte Geräte in meinem Haushalt ausschalten darf, damit eben nicht das ganze Netz zusammenbricht. Die Studie fand eine dreifach erhöhte Bereitschaft, bei diesem Programm mitzumachen, wenn die Namen der heldenhaften Stromsparer öffentlich sichtbar war, statt anonym. Ein finanzielles Dankeschön von 25 Dollar hatte hingegen fast keinen Effekt. Das heißt, soziale Belohnung funktioniert hier besser als finanzielle. Spannend, oder? Man findet sogar immer wieder heraus, dass eine finanzielle Belohnung nach hinten losgehen kann. Also für das Beispiel Strom sparen, muss man sich das so vorstellen, ich mache jetzt bei diesem Programm mit, weil ich für das Allgemeinwohl bin, weil ich den Blackout verhindern möchte, das stärkt meine Reputation. Wenn ich jetzt dafür aber Geld bekomme, dann mache ich das vielleicht nur fürs Geld. Und das schwächt meine Reputation. Jedenfalls durch Reputationsförderung und durch Reziprozität, also durch Gegenseitigkeit, wird Kollaboration auch für Egoisten attraktiv. Hilfsbereit sein und zusammenarbeiten kann ein knallharter individueller Vorteil sein. Die Forschung zu diesem Thema ist unglaublich breit und sehr spannend. Dieses Video bietet jetzt nur einen kleinen Einstieg in das Thema, aber für mehr Infos schaut mal in die Videobeschreibung. Klar ist aber, dass geteilte Güter nicht in Tragödien enden müssen. Man kann mit den richtigen Rahmenbedingungen, mit den richtigen Spielregeln dafür sorgen, dass Menschen besser zusammenarbeiten. Und auch wenn wir noch sehr oft scheitern, wir Menschen sind immerhin schlau genug, um uns selbst Regeln aufzusetzen. Sei es der WG-Putzplan oder unser Grundgesetz, um uns eben vor der zerstörerischen Kraft unserer eigenen Interessen zu schützen. Das Coole an diesem Thema ist, wenn man sich einmal mit der Tragödie des Gemeinguts beschäftigt hat, sieht man diese Tragödie überall im Alltag. Und ich bin mir sicher, ihr findet auch eure eigenen Beispiele, sei es eben in der WG oder bei einem gemeinsamen Schul- oder Uniprojekt, wo man zusammenarbeitet und gemeinsam benotet wird, oder sogar auch im Familienalltag. Deswegen schreibt mal eure persönlichen Tragödien des Gemeinguts in die Kommentare. Vielleicht sind ja auch Beispiele dabei, wo es richtig gut funktioniert. Und wenn das so ist, dann schreibt bitte auch, warum ihr das so gut hinkriegt. Ich bin die nächsten Wochen hier in den USA unterwegs. Das bedeutet auch, ich habe für meinen Urlaub zwei Fernflüge auf dem Gewissen. Damit bin ich ein sehr schlechtes Beispiel, beziehungsweise ein gutes schlechtes Beispiel für die Tragödie unseres Klimas. Das ist jetzt nicht... Da würde ich mal eben kurz stoppen, weil sie nämlich jetzt über Klimakompensationszahlungen spricht. Das ist auch ein spannendes Thema, aber ich wollte jetzt euren Kopf nicht sofort wieder ablenken. Das war jetzt der kleine Einstieg zum Thema Spieltheorie des Lebens, Tragödie des Gemeinguts. Und ich hoffe, ihr habt jetzt den ersten Eindruck bekommen, worum es heute geht. Es geht also darum, dass wir diese gemeinsamen geteilten Güter haben und dass wir ein Problem damit haben, wenn sehr viele Leute auf ein Gut zugreifen, ohne dass das irgendwie reguliert wird und ohne dass es irgendwie einer Person gehört, sondern wenn es halt allen gehört, dass dann die Qualität dieser Güter abnimmt, dass sie aufgebraucht werden, dass sie verunreinigt werden, dass sie ineffektiv gemanagt werden, dass nicht rausgeholt wird aus den Gütern, was rauszuholen ist zum Beispiel, dass sie vernachlässigt werden. Und wir haben auch ein bisschen schon über die Hintergründe dessen gelernt, nämlich haben wir gelernt, dass es häufig um die individuelle Perspektive geht, also dass es darum geht, was ist in unserer Psyche und in unserer Entscheidungsfindung geht es häufig darum, was ist für mich jetzt gerade am besten und dass diese Effekte werden noch verstärkt, also diese Fokussierung auf sich selbst wird verstärkt dadurch, dass es einen Mangel an Informationen gibt, also an Kommunikation, an Austausch zwischen den Menschen. Die zweite Sache, die auch noch dem Vorlauf Vorschub leistet, dass Leute sich egoistisch nur nach ihrem eigenen momentanen besten Nutzen verhalten, ist, dass es einmalige Treffen sind, die nicht wiederholt werden, wo es also dann keine Folgen positiver oder negativer Natur gibt. Aber da wollte ich jetzt gar nicht inhaltlich so weit reinsteigen, denn das möchte ich mit der nächsten Aktion machen. Das war jetzt im Grunde der Aufschlag. Alle Leute, die das jetzt interessant gefunden haben, ja, den kann ich beglückwünschen, da wird es nämlich jetzt die nächste Stunde drum gehen oder dreiviertel Stunde. Alle Leute, die das nicht gut fanden, dann haben wir jetzt ein Problem. Aber gut, ich habe mir vorgenommen für heute, ich möchte in dieses Thema Spieltheorie, was übrigens zur Wirtschaftspsychologie gehört, einmal ein bisschen vertiefter einsteigen, wie sie es gesagt hat, wie sie angedeutet hat, man könnte jetzt das Spiel mit verschiedenen SpielerInnen aufbauen, man könnte die Regeln dann auch ändern. Und da habe ich nämlich eine Ressource gefunden vor ein paar Jahren, die ich für solche Zwecke gerne mal benutze und die möchte ich jetzt gerne mit euch einmal durchgehen. Und zwar finde ich das eine ganz großartige, ja, eine großartige Animation, wo es um die Evolution des Vertrauens geht, aus spieltheoretischer Sicht. Das ist ein Spiel, das wir spielen werden, also beziehungsweise, das ich für euch spielen werde, vor euch. Und zwischendurch gibt es vielleicht zwei, drei Momente, wo ich mal nach eurer Meinung frage, wo ich meine, ja, was soll mein nächster Zug sein, aber in die meiste Zeit werde ich das selber hier durchspielen und ich werde euch erklären, was meine Entscheidungen sind. Und so lernen wir gemeinsam über solche komplexen Systeme, sozialer Interaktion, wenn man nicht weiß, wer die andere Person ist. Also gut, auf geht's. Also, die Story geht so los. Während des Ersten Weltkriegs brach Frieden aus. Es war Weihnachten 1914 an der Westfront. Trotz strenger Befehle, nicht mit dem Feind zu chillen, verließen britische und deutsche Soldaten ihre Schützengräben, überquerten das Niemandsland und trafen sich, um ihre Toten zu begraben, Geschenke auszutauschen und Spiele zu spielen. Inzwischen ist es 2017, zum Zeitpunkt, als das hier gebaut wurde. Im Westen herrscht seit Jahrzehnten Frieden und wow, wir sind furchtbar, was Vertrauen angeht. Umfragen zeigen, dass in den letzten 40 Jahren immer weniger Menschen sagen, dass sie sich gegenseitig vertrauen. Hier also unser Rätsel. Warum werden selbst in Friedenszeiten Freunde zu Feinden? Und warum werden selbst in Kriegszeiten Feinde zu Freunden? Ich denke, Spieltheorie kann helfen, unsere Epidemie des Misstrauens zu erklären und sie zu lösen. Also, um das alles zu verstehen, lasst uns ein Spiel spielen. Das Spiel des Vertrauens Du hast die Wahl. Vor dir ist eine Maschine. Wenn du eine Münze in die Maschine steckst, bekommt die andere Spielerin drei Münzen und andersherum genauso. Ihr habt beide die Wahl, entweder zu kooperieren, eine Münze zu zahlen oder zu betrügen, keine Münze zu zahlen. Und wir sind jetzt hier, kleine Dude mit dem roten Hut. Sagen wir mal, die andere Spielerin betrügt und zahlt keine Münze. Was solltest du tun? Und an dieser Stelle sage ich mal, mit welcher Strategie ich das hier spielen werde. Und zwar werde ich mich jetzt mal darauf einlassen, dass es hier um meinen persönlichen Vorteil geht. Also, ich will jetzt nicht, ich nehme jetzt mal meine ganze, ja, meine ideellen Werte, meine Vorstellung von Gerechtigkeit und Freiheit, die stelle ich mal ein bisschen kurz zurück und sage so, ich bin jetzt hier nicht zum Kooperieren auf andere Leute, auf meine eigenen Kosten, sondern ich möchte hier schon was Faires raushauen und irgendwie für mich raushauen, was geht. Deswegen, wenn ich weiß, dass die andere Person betrügt, dass sie also in die Maschine keinen einzigen Cent reinwirft, dann werde ich sicherlich meinen Euro da auch nicht reinwerfen. Auf geht's. Ich betrüge. Richtig so. Warum die Schmarotzerin bei dir schmarotzen lassen? Wenn du kooperierst und sie betrügt, verlierst du deine Münze, während sie drei gewinnt. Punkte, ich habe minus ein, sie hat plus drei. Wenn ihr aber beide betrügt, gewinnt und verliert ihr beide nichts. Punkte Null gegen Null. Deshalb solltest du betrügen. Und hier in der Mitte sehen wir jetzt in gelb dargestellt, kann ich kurz spoilern, das ist die Standard, also eine standardisierte, ja ein Schema für das Gefangenendilemma, was MyLab gerade eben auch schon angesprochen hat. Das Gefangenendilemma ist im Grunde das Kooperationsspiel, also das gemeine Güterspiel unter zwei SpielerInnen. Und man sieht hier, vielleicht kann ich mal kurz noch ein bisschen reinzoomen, genau, man sieht bei mir, wenn sie betrügt und ich kooperiere, dann kriege ich minus einen Punkt und sie plus drei und wenn wir beide betrügen hier unten, kriegen wir Null und Null. Aber sagen wir mal, die andere Spielerin kooperiert und zahlt eine Münze. Was solltest du jetzt tun? Und dann denke ich mir, hey, warte mal, ich möchte ja das meiste für mich raushauen. Das heißt, wenn ich eh drei Münzen kriege, dann kann ich ja meine Münze auch einfach behalten. Warum soll ich denn meine Münze reingeben und ihr auch welche geben? Ich habe ja gesagt, ich möchte auf meinen eigenen Vorteil spielen, also betrüge ich einfach trotzdem. Wow, ganz schön gemein. Und außerdem die richtige Antwort. Wenn ihr beide kooperiert, verliert ihr beide eine Münze, um drei zu bekommen. Also plus zwei Punkte gegen plus zwei Punkte. Aber wenn du betrügst und sie kooperiert, bekommst du drei Münzen und sie verliert eine. Punkte plus drei für mich, minus ein für sie. Deshalb solltest du rational überlegt immer noch betrügen. Und das ist unser Gilemma. Das ist das Gefangenen-Dilemma. Wenn wir kooperieren, bekommen wir halt maximal plus zwei. Wenn ich betrüge, kriege ich entweder gar nichts oder plus drei und das ist die beste Option für mich. Das ist unser Dilemma. Vertrauen ist schön, aber es kann dazu führen, dass andere dich ausnutzen oder auf dich schießen, wenn du unbewaffnet aus dem Schützengraben kommst. Manchmal ist Misstrauen vernünftig, rational. Aber was passiert, wenn wir das Spiel mehr als einmal spielen? Und jetzt kommt der erste Turn Twist rein, den, ähm, ja, den Mai angesprochen hatte. So, jetzt wird's ernst. Du wirst gegen fünf unterschiedliche Personen spielen, alle mit ihren eigenen Strategien. Mit jeder Person wirst du zwischen drei und sieben Runden spielen. Ihr werdet nicht im Voraus wissen, welches die letzte Runde ist. Man kann also nicht planen. Kannst du ihnen vertrauen oder eher können sie dir vertrauen? Wähle deinen ersten richtigen Zug. Wähle mit Bedacht. Ja, ich würde einfach sagen, ich fange mal an und, ähm, denke, ich kooperiere mal los. Vielleicht gibt's ja auch die Münzen direkt wieder zurück. Hey, cool. Wenn wir das so weitermachen können, wenn die andere Person mitspielt, dann würde ich jetzt einfach immer weiter kooperieren. Und warum nicht? Wir haben, sie hat wieder auch mit kooperiert. Ich krieg also meine, meine Münzen wieder. Und jetzt denke ich mir, warte mal, wenn sie die ganze Zeit kooperiert und gar nicht betrügt, dann kann ich doch auch mal betrügen ausprobieren und noch mehr Punkte einsagen. Und seht ihr, es hat geklappt. Ich hab jetzt selber auch, äh, meine Punkte erhöht. Und jetzt denke ich, wenn die andere Person jetzt aber misstrauisch wird, dann wird sie jetzt wahrscheinlich ihren, ihren, äh, ihren, ihre Münze da nicht einwerfen. Deshalb gehe ich jetzt nicht, ich werde jetzt nicht das Riesenkorps eingehen, weiter zu kooperieren, sondern ich werde weiter betrügen. Ja, und wir haben beide unsere Münze für uns behalten. Also man hat gesehen, die erste Runde habe ich gewonnen, indem ich quasi, äh, ja, indem ich ausgenutzt habe, dass die andere Person offenbar nicht große Lust hatte, mich zu betrügen. Mal schauen, wie es hier aussieht. Also gut, wir stecken natürlich erst mal aus gutem Willen unsere Münze hier rein. Okay. Das, ähm, nehme ich ihm jetzt übel und deswegen werde ich da auf jeden Fall nicht noch eine Münze reinstecken, weil ich habe jetzt schon einen verloren. Ja, das sagt mir jetzt, dass er wahrscheinlich einer ist, der überhaupt gar keine Lust hat, da eine Münze reinzustecken. Und dann sehe ich auch überhaupt nicht ein, an unserem Gemeingüterprojekt hier noch irgendwie teilzunehmen. Großartig. Ja, jetzt habe ich meine Verluste minimiert. Ich hätte jetzt natürlich weiterhin meine Münzen reinstecken können, aber warum, wenn ich die, wenn dann jemand auf der anderen Seite sitzt, der mich nur abzieht. Also, jetzt die nächste Person. Ich bin ja ein freundlicher Mensch. Ich gehe wieder, steige wieder mit Kooperieren ein. Okay, das hat funktioniert. Wir versuchen noch ein zweites Mal. Ja, und wenn das jetzt eine, wenn das eine Person ist, die immer weiter kooperiert und mich nie betrügt, dann ist die, dann ist die Versuchung schon ziemlich groß, zwischendurch mal wieder ein paar Coins für mich rauszuholen. Ja, gut. Okay, das ist der vierte Spieler jetzt, oder die vierte Gegnerin. Ich kooperiere am Anfang wieder, wie ich das sonst so mache. kriege meine Punkte zurück. Okay. Aber mal schauen, wie ich jetzt mit dem Betrügen davonkomme. Yes. Hat gezogen. Ähm, schauen wir uns das mal an. Vielleicht kann ich jetzt ja, vielleicht ist das ja eine Person, die auf mich, die mir das vergibt, dass ich einmal sie betrogen habe. Nein. Sie vergibt es mir nicht, sondern wird jetzt wahrscheinlich auch immer, ja, ihre, ihre Münze zurückhalten. Okay, okay. Und bei der letzten Person, mache ich es wieder so, dass ich, äh, anfange zu kooperieren. Ja, okay, und jetzt bin ich, jetzt bin ich sauer. Jetzt, genau, jetzt ziehe ich ihm die, die Münzen wieder ab. Das, also, mich kann man nicht veräppeln. Ja, und da bleiben wir jetzt wieder in demselben Stillstand, den Mai ja auch schon aufgebracht hat. Nämlich, wenn sich die Leute nicht mehr vertrauen, wenn man einmal betrogen wurde, dann zieht man seine Münze zurück. Und das gesamte Spiel bricht zusammen. So, meine Punktzahl ist 30. Was gar nicht mal schlecht ist. Die niedrigste und höchstmögliche Punktzahl sind jeweils 7 und 49. Also, gegen welche seltsamen Charaktere hast du gerade gespielt? Nämlich, die erste blaue Person, mit der ich gespielt habe. Das war der Nachäffer. Hallo, ich fange mit kooperieren an und danach kopiere ich, was auch immer du in der Runde davor gemacht hast. Uhu, aha. Okay, ähm, da ich am Anfang immer kooperiert habe, hat die Person auch kooperiert und wir sind ganz gut miteinander zurechtgekommen. Aber, wenn ich dann betrüge, fängt sie auch an, mich zu betrügen. Und das ist so ein bisschen so eine Schutzfunktion. Okay. Die zweite Person, ja, ich erinnere mich, das war immer betrügen. Also, die Starken fressen die Schwachen. Er hat mich einfach immer abgezogen. Komme, was wolle. Ähm, die Person mit dem Hut hat, äh, ist immer kooperieren. Wird also grundsätzlich immer ihre Münze reinstecken. Komme, was wolle. Und ist ja auch daran ziemlich jetzt zugrunde gegangen in meinem Spiel, weil ich einfach am Anfang mitgemacht habe, aber sie dann im Grunde auch endlos abgezogen hätte. Ähm, interessanter ist dann die vierte Person, der Groll. Hör mal, Partner, ich fange an mit kooperieren und bleib auch dabei, aber wenn du mich auch nur einmal betrügst, betrüge ich dich auf ewig. Das ist eine ziemlich akkurate Beschreibung von der Taktik, die ich jetzt auch angewendet habe. Also, ich bin ja auch immer eingestiegen und hab dann aber irgendwann auch, ohne dass die Leute mich unbedingt betrogen haben, hab ich einfach mal geswitcht, um zu gucken, was passiert. Und als letztes die Detektivin, ich analysiere dich. Ich beginne, kooperieren, betrügen, kooperieren, kooperieren. Also ja, nein, ja, ja. Und wenn du betrügst, verhalte ich mich wie Nachäffer. Wenn du mich aber niemals betrügst, sondern immer einzahlst, dann verhalte ich mich wie immer betrügen, um dich auszunutzen. Elementary, mein lieber Watson. Ja, das war, nee, eigentlich war das eher meine Spieltaktik. Erst mal anfangen mit ja und dann zwischendurch mal wieder ein paar Coins rausziehen und gucken, woraus das hinausläuft und am Ende aber auch meinetwegen Leute ausnutzen, die immer wieder ihre, ihre Münzen reinwerfen, ohne nach links und rechts zu schauen. Aber, jetzt wollen wir uns im nächsten Schritt mal anschauen, was passiert, wenn diese Charaktere miteinander spielen und welche Taktiken und welche Taktiken sich durchsetzen. Denn das sagt uns im größeren Zusammenhang ja einiges darüber, wie wir als Gesellschaft mit Gemeingütern in der, also umgehen können. Also, sie spielen dann alle gegeneinander. Es ist Zeit für ein Turnier. Jeder Charakter wird jetzt gegen jeden anderen Charakter spielen. Das sind zehn paarweise Partien mit je zehn Runden. Was denkst du, wer die höchste Punktzahl erreichen wird? Denk genau nach und dann gib deine Wette ab. Ja, und da werde ich natürlich, wenn ihr einen Tipp habt, haut rein. Was denkt ihr, welche Person würde denn hier am meisten abräumen? Wäre das die Nachäffer-Person, weil sie ja im Grunde die Möglichkeit hat, immer wieder auf das zu reagieren, was ihr gegenüber macht? Oder, ja, wäre das immer kooperieren? Das wäre jetzt irgendwie nicht unbedingt mein Tipp. Immer betrügen, geht ja im Grunde auf Nummer sicher. Oder der Groll, der halt einmal anfängt zu kooperieren, aber dann sich sonst zurückzieht ins Betrügertum. Oder eben das, was ich letzten Endes jetzt gemacht habe, erstmal rausfinden, wie andere Personen spielen und dann darauf reagieren und sie ausnutzen, wenn sie gerade durchziehen und wenn sie aber betrügen, sich dann so zu verhalten, also darauf, ja, darauf zu antworten, jeweils mit ihren Situationen. Da ich selber schon die Detektivin gespielt habe und wir da gesehen haben, wie das funktioniert und wie gut da das, ja, ausbalanciert ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir orientieren uns vielleicht an immer betrügen, also an der Person, die im Grunde den Pessimismus in unserer Gesellschaft abbildet. So, schauen wir uns mal an. Alles klar, du wettest auf immer betrügen. Lass uns eine Partie nach der anderen durchgehen und sehen, wie das Turnier abläuft. Erste Partie. Also, die erste Partie, nach FF gegen immer betrügen. Am Anfang haben sie halt einmal aus, also hat er, hat nach FF einmal Punkte verloren und dann aber hat sich das nicht weiter verändert. Ach, übrigens, ich werde das jetzt hier oben nicht immer vorlesen, ich werde einfach den Text vorlesen und ihr könnt ja, wenn ihr Interesse habt, oben mal hier reinschauen, wie die Partien verlaufen sind. Ach, übrigens, du bist vielleicht skeptisch, was die Geschichte über den Weihnachtsfrieden der Schützengräben im Ersten Weltkrieg angeht. Bestimmt war das nur ein Glücksfall. Ja, der Waffenstinnstand war dramatisch, aber er war weder einzigartig noch ungewöhnlich. Nicht jeder Schützengraben hat bei dem Frieden mitgemacht, aber er war ziemlich weit verbreitet. Die Idee kam unabhängig an vielen Fronten auf und nochmals, trotz ausdrücklicher, strenger Befehle dagegen. Tatsächlich hatten einige Fronten schon vor Weihnachten einen inoffiziellen geheimen Frieden geschlossen. Hier sieht man übrigens, dass immer betrügen, immer kooperieren komplett ausgenommen hat. Maximale Punktzahl, plus 30 gegen minus 10. Ja, das ist halt, wenn man sich ausnutzen lässt. Sie nannten es das Leben und Leben lassen Prinzip, System. Im Prinzip, du schießt nicht auf mich, ich schieße nicht auf dich und an vielen Orten funktionierte das. Du bist vielleicht noch skeptisch. Die meisten Streitkräfte schließen sich nicht, äh, schließen nicht spontan Frieden mit dem Feind. Was ist also besonders an einem Grabenkrieg? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den MyLab genannt hatte. Nun ja, das hier ist so besonders an Grabenkriegen. Anders als bei fast jeder anderen Form der Kriegsführung stehst du jeden Tag genau den gleichen Soldaten gegenüber. Es ist also ein Spiel mit Wiederholung mit denselben Personen. Dieser, ja, das ist der Satz, der jetzt kommt. Das ist ein Spiel mit Wiederholung und das macht den ganzen Unterschied. Wie auch immer und gewonnen hat, Trommelwirbel, der Nachäffer. Tut mir leid, für deinen Tipp immer betrügen. Der Nachäffer hat viele Namen. Die goldene Regel Reziproker Altruismus, das hatten wir auch gerade im MyLab-Video, Reziprozität, gegeneinander, wie du mir, so ich dir. Und Altruismus ist ein anderes Wort für bedingungslose Hilfsbereitschaft oder, ja, das Ideal der Hilfsbereitschaft. Zug um Zug oder Leben und Leben lassen. Deshalb konnte Frieden in den Gräben des Ersten Weltkriegs entstehen. Wenn du gezwungen bist, das gleiche Spiel mit genau den gleichen Personen, nicht nur einem gleichbleibenden generischen Feind zu spielen und das immer und immer wieder, gewinnt der Nachäffer. Nicht nur die Schlacht, sondern auch den Krieg. Aber wenn sich die Dinge zu sehr ändern, wenn du mehrere Runden des gleichen Spiels spielst, was passiert dann wohl bei mehreren Turnieren? Jetzt gibt's neue Spielregeln. Wir steigen in dieses spieltheoretische Thema nochmal eine Stufe tiefer ein. Aber keine Sorge, so kompliziert wird's nicht. Jetzt lassen wir sich die Spielbevölkerung mit der Zeit entwickeln. Ein Tanz mit drei Schritten. Schritt 1. Spiele ein Turnier. Lasse alle gegeneinander spielen und zähle dann die Punkte zusammen. Schritt 2. Eliminiere die Verlierer. Schmeiße die fünf schlechtesten Spieler raus. Beim Unentschieden wähle zufällig. Drittens, vermehre Gewinner. Klone die fünf besten Spieler. Bei einem Unentschieden wähle zufällig. Und wiederhole, so oft du möchtest, die Anmerkung dazu, damit sich eine Kultur weiterentwickelt, müssen Leute nicht sterben oder sich fortpflanzen. Es reicht, wenn erfolgloses Verhalten verschwindet und erfolgreiches Verhalten nachgemacht wird. Damit ist gemeint, dass zum Beispiel im ökonomischen Rahmen es gar nicht notwendig ist, dass eine neue Generation von Geschäftspersonen die Unternehmen übernimmt. Es kann ja auch einfach sein, dass durch eine bestimmte Entscheidung eine Stelle anders besetzt wird oder sich ein Unternehmen aus dem Geschäft aussteigt. Also es müssen nicht, wie jetzt hier dargestellt, Personen aussortiert werden und neue Personen rein, sondern es kann sich auch innerhalb von Personen, durch die Kultur in unserem Miteinander, kann sich das stetig ändern, wie wir in solchen Situationen miteinander arbeiten. Und nun lassen wir uns das Ganze in Aktion sehen. Also hier ist unser Netz, das sind alle unsere MitspielerInnen, das sind alle Verbindungen zwischen allen MitspielerInnen, aufgezeigt. Fangen wir mal mit der folgenden Bevölkerung an. 15 immer kooperieren, 5 immer betrügen und 5 nacheffer. Wir ignorieren Groll und DetektivInnen fürs Erste, das macht es dann ein bisschen einfacher zum Verstehen am Anfang. Wir werden den Turnier eliminieren, vermehren, Tanz etwa ein Dutzend Mal durchgehen. Lass uns noch eine Wette abschließen. Was glaubst du, wer das erste Turnier gewinnen wird? Weil wir gerade eben gelernt haben, der Nacheffer gibt was vor, also der Nacheffer gewinnt kurzfristig. Ja, warum sollte er dann hier eigentlich auch gewinnen? Also, der Nacheffer fängt immer mit kooperieren an und wiederholt dann immer, was sein Gegenüber in der letzten Runde gemacht hat. Auf geht's. Logisch, der Nacheffer hat das letzte Turnier gewonnen. Warum nicht nochmal? Mal schauen, ob du richtig liegst. Auf geht's. Ich spiele das Turnier. Man sieht hier alle Punkte zahlen. Immer kooperieren hat sehr wenig Punkte. Immer betrügen hat ziemlich viele Punkte und die Nacheffer liegen irgendwo dazwischen. Wir eliminieren die unteren 5 und jetzt vermehren wir die Top 5. Und es hat sich gezeigt, es gibt mehr immer betrügen Spieler. Nacheffer haben nicht gewonnen, aber immerhin waren sie nicht so schlecht dran wie immer kooperieren. Sie wurden gefressen von immer betrügen und deren Zahl ist jetzt um 5 gestiegen. Aber lass uns noch ein paar Runden mehr spielen. Wir spielen, immer kooperieren hat die niedrigste Punktzahl, wir eliminieren die unteren 5, wir vermehren die Top 4 und jetzt gibt's immer mehr betrügen. Sie legen immer noch zu auf die Kosten von immer kooperieren. Auf geht's. Und jetzt ist immer kooperieren ganz raus. Aber warte. Du siehst richtig, immer betrügen ist ein Opfer des eigenen Erfolgs geworden. Sie haben die Naiven immer kooperieren ausgebeutet. Aber als sie von denen alle aufgebracht hatten, mussten sie sich den Nacheffern stellen und die sind nett, aber nicht naiv. Wir sehen, wir spielen das Turnier nochmal und wir sehen, immer betrügen bekommt keine Punkte, weil sie ja, wenn sie auf sich gegenseitig treffen, nie Punkte machen, weil sie ja nie kooperieren. und wenn sie auch auf die Nacheffer treffen, machen sie einmal Punkte und verlieren ab dann immer. Also, beziehungsweise, dann geht's in diesen neutralen Waffenstillstand, wo sich keiner bewegt. Allerdings, wenn Nacheffer aufeinander treffen, untereinander, fangen sie ja an mit kooperieren und können deswegen schön Punkte sammeln. Das heißt, was jetzt hier passiert, ist, dass die immer Betrüger sich gegenseitig richtig doll die Nummer vermiesen. Wir eliminieren wieder die unteren fünf, vermehren die Top 5. Indem sie einfach die Züge der anderen Spieler kopieren, können die Nacheffer nett zueinander sein, während immer Betrüger sich gegenseitig betrügen. Nicht nur das, es ist auch so, dass die Nacheffer denen immer betrügen, ihre eigene Medizin zu schmecken geben, indem sie umklappen und denen ihr eigenes Verhalten widerspiegeln. Wieder die unteren fünf eliminieren, Top 5 vermehren und daher lautet das Ergebnis, die unteren eliminieren, Top 5 vermehren. Die Nacheffer erben die Welt. Die goldene Regel, reziproker Altruismus, könnte man jetzt meinen, sei dann die Lösung für alles. Also auf lange Sicht lag so richtig, die Nacheffer gewinnen. Immer betrügen hat zwar auf kurze Sicht gewonnen, aber ihre ausbeuterische Art war ihr Untergang. Das erinnert mich an ein Zitat, wir werden durch unsere Sünden bestraft, durch, wir werden durch unsere Sünden bestraft, nicht für sie, von Albert Hubbard. Ach, und übrigens, das Ergebnis ist ähnlich, auch wenn wir Groll und Detektiven dazu packen. Ich starte die Evolution, auf geht's, es wird gespielt, es wird aussortiert, es wird vermehrt und manchmal bleiben ein paar Groll übrig, weil Groll und Nachelfer unentschieden spielen, wenn alle anderen ausgeschieden sind. Es scheint so, als ob die Mathematik der Spieltheorie uns etwas sagen möchte. Des Nachäffers Philosophie Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst, nicht nur eine moralische Wahrheit, sondern auch eine mathematische Wahrheit sein könnte. Es gibt da allerdings ein Problem. Sieh dich um, die Welt ist voller Volltrottel. Wenn Nachäffer eine so erfolgreiche Strategie in diesem wiederholten Spiel des Vertrauens ist, dass sogar Soldaten in den Gräben des Ersten Weltkriegs eine ähnliche Strategie namens Leben und Leben lassen entwickelt haben, warum gibt es dann so viele misstrauische und nicht vertrauenswürdige Menschen? Was verursacht unsere Epidemie des Misstrauens? Ein Hinweis ist in diesem Satz selbst, in diesem wiederholten Spiel des Vertrauens. Bisher haben wir nur über Änderungen bei den Spielern gesprochen. Was wäre bei einer Änderung am Spiel? Was führt also zur Evolution, zur Entstehung des Misstrauens? Das war auch eben in der Einleitung von MyLab angebracht worden. Wir können ja immer die Spielregeln selber ändern, auch wenn wir das Verhalten der einzelnen Personen im Spiel nicht ändern können. Bevor alles in die Brüche geht, lass uns mit was Schönem anfangen. Hier ist eine Welt, die komplett mit immer kooperieren gefüllt ist. Bis auf einen immer betrügen und einen Nachhelfer. Nutze die Knöpfe rechts, um die Simulation zu starten. Gehe sie Schritt für Schritt durch oder mache ein Reset. Auf geht's. Ich kann sie spielen lassen, die unteren ausscheiden lassen, immer kooperieren, scheidet aus und es werden sich die Nachäffer und die immer betrügen vermehren, weil die ja beide in der Lage sind, immer kooperieren auszunutzen. Also gut, wie du bereits weißt, gewinnt der Nachäffer. Mit unseren aktuellen Regeln auf lange Sicht. Erst wird immer kooperieren aussortiert, dann geht immer betrügen raus. Aber das gilt nur bei unseren aktuellen Regeln, die besagen, dass Spieler zehn Runden pro Partie gegeneinander spielen. Gewinnt Nachäffer auch noch in sieben Runden, in fünf Runden, in drei, in zwei, in eins. Der Punkt ist ja, dass sie Nachäffer am Anfang einen Nachteil haben und erst durch wiederholte Kooperation am Ende den Boden wieder gut machen und alle anderen überholen. Ändere die Anzahl der Runden mit dem Schieber und starte die Simulation. Nehmen wir zum Beispiel drei Runden pro Partie und gehen los. und da sehen wir zum Beispiel, dass die Nachäffer nicht die Chance haben, durch ihre Kooperation untereinander die immer Betrüger auszustechen. Also erst wenn wir zum Beispiel viele Runden in einer Partie spielen, dann merken wir, dass die Nachäffer locker wieder aufholen. Also gehen wir ein bisschen weiter. Wie du gesehen hast, wenn nicht genug Runden gespielt werden, hier fünf oder weniger, dominiert immer Betrügen. Als in 1985 die Amerikaner ihnen gefragt wurden, wie viele enge Freunde sie haben, sagten die meisten drei. 2004 waren es null. Wir haben heute weniger Freundschaften über die Grenzen von Klasse, Rasse, das ist der amerikanische Race-Begriff, den gibt's im Deutschen nicht, man würde jetzt hier von Ethn hier sprechen, Vermögen und Politik hinweg, weil wir weniger Freunde haben. Punkt. Und wie du selber gerade entdeckt hast, weniger wiederholte Interaktionen führen zu mehr Misstrauen. Nein, Massemedien zählen nicht als mehr Kontakt untereinander, es muss eine beidseitige Interaktion zwischen zwei bestimmten Individuen sein. Und dieser Umstand wird schlimmer. Es gibt noch einen anderen Weg, Misstrauen zu sehen. Hier sind die Auszahlungen für das Spiel des Vertrauens. Mit normalen Auszahlungen gewinnt der Nachäffer, aber ändere mal die beide Kooperieren Belohnung von zwei Münzen auf eine Münze und klicke dann Start. Eins ist immer noch mehr als Null, aber was passiert? Wir sehen, natürlich wird immer Kooperieren aussortiert und dann aber auch die Nachäffer, weil sie ihren Vorteil, dass sie miteinander untereinander kooperieren können, nicht, weil der sich nicht so wirklich auszahlt. Es bleibt dabei, mit einer geringeren Belohnung für die Win-Win-Situation, beide geben was in die Mitte, übernimmt immer Betrügen. Die Spieltheorie hat zwei bedeutende Ideen dazu. Die eine heißt Nullsummenspiel, der leider weit verbreitete Glaube, dass ein Gewinn für uns immer mit einem Verlust für die anderen einhergehen muss. Das ist aber auch nur so, wenn es tatsächlich begrenzte Güter gibt, die zwischen zwei Personen aufgeteilt werden. Wenn wir einen Kuchen haben und zwei Leute und wir haben das gerade in der Hälfte durchgeschnitten, dann gibt es keine Möglichkeit, wie ich einen Dreiviertel Kuchen kriegen könnte, ohne dass du von deiner Hälfte mehr abgeben musst. Das heißt, wenn wir wirklich um begrenzte endliche Güter streiten, dann funktioniert diese Idee des Nullsummenspiel so bei ganz vielen anderen Gütern in der realen Welt ist das aber nicht der Fall. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Buch, ich habe ein Buch geschrieben und das habe ich dann als E-Book veröffentlicht, das kann ich ja auch einfach mit dir teilen und dann haben wir beide ein E-Book und mein E-Book ist nicht weniger geworden, dadurch, dass du es auch hast. Und die zweite Idee ist, kein Nullsummenspiel. Wenn Leute sich die harte Arbeit machen, eine Win-Win-Lösung zu finden oder zumindest im beidseitigen Verlust zu vermeiden, dann bedeutet es kein Nullsummenspiel. Ohne kein Nullsummenspiel kann sich kein Vertrauen entwickeln. Es muss sich also lohnen, dass man miteinander kooperiert. Wo wir schon dabei sind, lass uns das dritte und letzte Hindernis auf unserem Weg zum Vertrauen beachten. Fehler. Wie cool der Nachäffer auch ist, er hat eine große fatale Schwäche. Ich muss mal eben meinen Messenger ausmachen. Ihr habt das wahrscheinlich hier mit auf dem PC gehört. Wie cool der Nachäffer auch ist, er hat eine große fatale Schwäche, die ich noch nicht erwähnt habe. Um das Problem zu verstehen, lassen wir jetzt zwei Nachäffer gegeneinander spielen. Und hier mache ich die Musik wieder an, weil wir dann die Sounds wieder haben. Und normalerweise würden sie sich einfach gegenseitig ihre Freundlichkeit belohnen und Kumbaya bis ans Ende aller Tage singen. Aber was wäre, wenn bei dem Versuch Gutes zu erwidern Oh nein! Oh no! Fehler, Missverständnisse, Fehlinterpretationen. Unfälle passieren im echten Leben andauernd. Wenn aber die andere Person nicht denkt, dass es ein Unfall war. Man sieht, sie sieht ein bisschen zweifelnd aus. Sie ist ja auch eine Nachäfferin. Dann versuche ich jetzt ein weiteres Mal zu kooperieren. Und die Person hält aber ihre Münze zurück. Ohne ein Hoch zwei! Die andere Spielerin musste, da sie ein Nachäffer ist, zurückschlagen. Und da du selbst auch ein Nachäffer bist, musst du auch zurückschlagen. Also geht es jetzt wieder andersrum. Ich habe, obwohl ich gerade meine Münze reingesteckt habe und die andere Person hat es gesehen, bin ich jetzt verunsichert, weil sie gerade ihre Münze vorenthalten hat und betrüge zurück. Und so wie die Hatfields und McCoys werden diese beiden Nachäffer in einer endlosen Spirale der Vergeltung gefangen sein, die wegen einem einzigen Fehler vor sehr langer Zeit begann. Tragisch, aber nun gibt es andere Charaktere, die es schaffen, mit Fehlern umzugehen? Ein paar neue Gesichter oder zumindest neue Hüte. Als nächstes führen wir ein, das Nachäffchen. Hallo, ich bin wie ein Nachäffer, außer dass ich nur betrüge, nachdem ich zweimal hintereinander betrogen wurde. Das erste Mal könnte immerhin ein Fehler gewesen sein. Der Einfallspinsel Ich kooperiere erst. Wenn du zurück kooperierst, mache ich dasselbe wie im letzten Zug, auch wenn ein Fehler war. Und der Zufall ist einfach eine Fifty-Fifty Chance. Alles klar, mal sehen, wie gut sich diese Leute schlagen, wenn sie in einem Turnier spielen. Fangen wir mit einem Dutzend immer Kooperieren an, gegen unseren alten Sieger, den fernen Nachäffer und unsere drei neuen Charaktere, die nachsichtigeren Nachäffchen, den simplen Einfallspinsel und den albernen Zufall. In jeder Runde einer Partie haben die Spieler aber eine kleine Chance, einen Fehler zu machen, sagen wir mal 5%, was glaubst du, wer am Ende oben auf dem Podest landet? Überlege es dir gründlich und dann gib eine Wette ab. Ich gehe jetzt nochmal auf den Neinfallspinsel ein, weil der ein bisschen schwierig zu verstehen war. Er beginnt immer mit Kooperieren. Die erste Runde wird er immer seine Münze reinwerfen. Danach ist jede weitere Aktion von der vorherigen Aktion des Gegenübers abhängig. Wenn die andere Person gerade eben kooperiert hat, dann wird der Einfallspinsel einfach wiederholen, was er vorher gemacht hat. Ob das ihm was gebracht hat oder nicht, ob es richtig war oder falsch, er wird es einfach wiederholen. Wenn er aber betrogen wurde, wird er seine letzte Aktion ändern. Da wird er das Gegenteil von dem machen, was vorher passiert ist, auch unabhängig davon, ob es funktioniert hat oder nicht. Und von all denen hier dürfen wir uns wieder jemanden aussuchen, wo wir denken, hey, die Person wird es reißen, die Person wird die meisten Münzen nach Hause bringen. Und das ist jetzt in meiner Vorstellung, dass ich nehme einfach das Nachäffchen, weil gerade eben hatten wir funktioniert, weil zum Beispiel so eine 5% Fehlerchance ihn in diesen totalen Zyklus des immer Betrügens der Vergeltung reinbringt. Und das Nachäffchen sollte dagegen ja immun sein. Deswegen denke ich, ich wette mal auf die. Okay, du wettest, dass Nachäffchen gewinnt. Lass es uns herausfinden. Also, ja, immer kooperieren wird ausgeräumt und merkwürdigerweise ist tatsächlich der Einfallspinsel jetzt oben. Knapp daneben ist auch vorbei. Der Einfallspinsel gewinnt. Tatsächlich liegt das daran, dass der Einfallspinsel besser in der Lage ist, immer kooperieren auszunutzen. Jetzt müsste man jetzt mal Schritt für Schritt nachgehen, warum das der Fall ist, aber wir glauben es jetzt einfach mal, das Nachäffchen wird immer kooperieren nicht ausnutzen, wird also nicht, wird also immer kooperieren und nie in den Betrüger Modus wechseln, den ich ganz am Anfang hatte, sondern ich kann irgendwann zurückswitchen und betrügen und mehr Geld rausholen. Beide kooperieren am Anfang, aber wenn der Einfallspinsel einen Fehler macht und betrügt, betrügt er immer wieder weiter, da immer kooperieren ja nie zurückschlägt. Der Fehler führt also bei dem Einfallspinsel dazu, dass er in eine Betrügungslinie reinfällt, die ihm dann am Ende das Geld bringt, das meiste Geld bringt. Jetzt probieren wir das gleiche wie eben, aber statt halb immer kooperieren mit halb immer betrügen. Das ist eine deutlich weniger nachsichtige und viel feindseligere Umwelt. Was denkst du wir jetzt gewinnen wird? Denk nach und gib dann deine Wette ab. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Stand schwer vorherzusagen. Ich würde jetzt trotzdem der Zufall ist es nicht, dass der Nachäffer hat gegen immer betrügen immer sehr schlecht sich geschlagen. Ich kann mir vorstellen, dass es Nachäffchen sich noch schlechter schlägt. Ich würde vielleicht auch wieder sagen Einfallspinsel oder immer betrügen. Und weil gerade der Einfallspinsel so gut gelaufen ist gegen meine Erwartungen, wette ich jetzt einfach mal auf den zur Erinnerung, dass es der mit kooperieren anfängt und dann je nachdem ob die andere Person kooperiert oder nicht die eigene Aktion wechselt oder nicht. Ich habe den auf den Einfallspinsel gesetzt. Oh Mist, jetzt fällt mir ein, warum das ein Fehler war. Der Einfallspinsel war nur deshalb gut, weil er immer kooperieren ausgenutzt hat. Er wird nie in der Lage sein, immer Betrügen auszunutzen. Ja, gut, wird wahrscheinlich nicht so gut laufen. Auf geht's. So, ja genau, die Einfallspinsel sind sofort raus. Aber interessanterweise übernehmen dann die Nachäffchen. Guter Tipp, aber niemand anders bekommt den Preis. Das Nachäffchen gewinnt dieses Mal. Es ist überraschend, dass mit einer noch gemeineren Staatbevölkerung das Nachäffchen, eine noch nachsichtigere Version vom Nachäffer, am erfolgreichsten war. Das Nachäffchen ist sogar so nachsichtig, dass es nicht mal die Nachäffer ausrottet. Man kann sehen, da sie häufig unentschieden spielen, wird es die Population immer weiter geben. In diesem Fall konnten ein paar Kommunikationsstörungen, nämlich 5% für einen Fehler pro Runde, zu mehr Nachsichtigkeit führen. Aber geht das für alle im Leben? Kommunikationsstörungen. Da reden wir jetzt mal als nächstes drüber. Das ist ja das, was im MyLab-Video auch ganz am Anfang kurz angedeutet wurde, nämlich wenn es keine Kommunikation darüber gibt, wer was aus welchem Grund macht, dann gibt es schnell diese Atmosphäre der Verantwortungslosigkeit. Kommunikationsstörung. Nutze den Schieber unten, um die Menge an Kommunikationsstörungen zu ändern. Dann klicke Start. Mit 5% gewinnt das Nachäffchen, aber was passiert mit 0 oder mit 20 oder mit 50? 50 ist das Maximum, denn dann wäre die Kommunikationsstörung, ja im Grunde würde dann bedeuten, dass alle Figuren der Zufall sind, weil das im Grunde eine 50-50 Chance ist, irgendwas zu machen. In jeder Runde gibt es eine 5% Chance, dass man einen Fehler macht. Ich würde mal sagen, 0 ist irrelevant, weil das hatten wir ja ganz am Anfang. Jetzt gehen wir mal zum Beispiel auf eine 12% Chance, dass ein Fehler gemacht wird, das ist ein Achtel ungefähr, und legen mal los. Bei höheren Graden an Kommunikationsstörungen. Ja, und wie wir uns vielleicht denken konnten, Kommunikationsstörungen werden von BetrügerInnen ausgenutzt. Die Ergebnisse sind etwa so. Mit 0% gewinnen die Fairen Nachäffer. Mit 1% bis 9% gewinnen die Nachsichtigeren Nachäffchen. Mit 10 bis 49% gewinnen die Unfairen und Unnachsichtigen immer Betrügen. Mit 50% gewinnt niemand immer, weil dann ja komplett egal ist, in welcher Gruppe man ist. Das ist der Grund dafür, dass Kommunikationsstörungen so ein interessantes Hindernis für Vertrauen sind. Ein kleines bisschen führt zu Nachsichtigkeit, aber zu viel Kommunikationsstörungen führt zu weit verbreitetem Misstrauen. Ich denke, unsere modernen Medien, so sehr sie auch geholfen haben, unsere Kommunikationslevel zu erhöhen, haben unsere Kommunikationsstörungen noch stärker erhöht. Das ist eine interessante These. Ja, kann man vertreten oder nicht. Also ich bin jetzt mit, ich bin schon auch der Meinung, dass, ja, ich würde jetzt so moderne Medien nicht so in einen riesen Pod zusammenwerfen, aber ich bin mir durchaus sicher, dass das Internet oder zum Beispiel Social Media, gerade diese verkürzten Nachrichten, wo Gestik Mimik nicht so richtig bei rüberkommt, wo wir auf Zeichenkontingente limitiert sind und uns dabei nicht sehen und auch oft nur einmal sehen und dann nie wieder, dass diese Kommunikationsformen, Kommunikationsstörungen tatsächlich tatsächlich den Vorschub leisten. Zum Schluss experimentieren wir mit allen Zahlen, Reglern und Schiebern im Sandkastenmodus und den würde ich jetzt vielleicht euch zu Hause quasi für später überlassen. Hier kann man nochmal richtig Spieltheorie einfach dargestellt mal ein bisschen ausprobieren. Man kann den Auszahlungsmodus verändern. Wir hatten ja gelernt, wenn man das Nullsummen-Spiel hat, dann gibt es im Grunde keine Belohnung für Kooperationen. Wir können aber die Belohnung für Kooperationen erhöhen, indem wir entweder die Kooperationen selber erhöhen oder wir können aber auch zum Beispiel die Belohnung für Betrügen erhöhen. Oder man kann eben die Rundenanzahl, die Anzahl der wiederkehrenden Begegnungen verändern, all solche Dinge. Die Staatbevölkerung finde ich eigentlich gar nicht so interessant als Einstellung, weil wir ja davon ausgehen müssen, dass es sowieso in unserer Gesellschaft ganz verschiedene, also diese und noch ganz verschiedene andere Kooperations- und Nicht-Kooperationstypen vorhanden sind. Es wäre also schon für so Spezialfälle, kann man das mal gucken, aber ich finde es jetzt im Grunde nicht so interessant zu gucken, was jetzt zum Beispiel 200 Detektive mit vier Nachelfchen machen würden. Also, wir gehen zu dem Schluss, was wir aus dieser gesamten Nummer gelernt haben. Die Spieltheorie hat uns drei Dinge erklärt, die für die Evolution des Vertrauens von Nöten sind. Das erste, wiederholte Interaktion. Vertrauen hält eine Beziehung am Laufen, aber die Möglichkeit zukünftiger Interaktion muss auch bekannt sein, bevor sich Vertrauen entwickeln kann. Sonst macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, sich zu überlegen, was ich eigentlich jetzt zum Beispiel für eine Reputation aufbaue, wie in dem MyLab-Video. Zweitens, mögliche Win-Wins. Das Spiel darf kein Nullsummen-Spiel sein. Es muss zumindest möglich sein, dass beide Spieler besser dran sind durch Kooperation. Ein Win-Win. Drittens, wenige Missverständnisse. Wenn die Zahl der Missverständnisse zu hoch ist, bricht das Vertrauen ab, auch wenn sich eigentlich niemand was Böses will. Aber wenn es ein paar Missverständnisse gibt, lohnt es sich durchaus insgesamt nachsichtiger zu sein. Natürlich wird Vertrauen in der echten Welt von viel mehr als diesen Faktoren beeinflusst. Es gibt Ansehen, gemeinsame Werte, Verträge, kulturelle Marker, bla bla bla. Und damit wir es nicht vergessen, die wichtigste Lektion. Da gehe ich gleich drauf ein. Ich wollte jetzt hier gerne noch zusagen. Als Mai erzählt hat, dass diese, unser Sozialverhalten und unsere Entscheidungen, dass die beforscht werden in Laboren, dann möchte ich da noch mal kurz sagen, was das bedeutet. Diese Spieltheorie ist nicht die, das sind nicht die Spielregeln, die kosmischen Spielregeln, die in unserem Gehirn festgeschrieben sind für uns alle, sondern das ist jetzt nicht irgendwie genetisch bedingt oder so, sondern das ist jetzt halt eine Laborsituation. Labor bedeutet, in einem Experiment sind alle möglichen Einflussfaktoren rausgekürzt worden, um am Ende mit einem System übrig zu bleiben, das wir auch überhaupt effektiv beobachten können, also wo wir überhaupt Änderungen beobachten können und diese Änderungen tatsächlich auf, ja, kausal zurückführen können auf das, was wir zum Beispiel eingestellt haben, was unsere Spielregeln waren. Dadurch, dass unsere echte, reale Welt so unheimlich viel komplizierter ist als so ein merkwürdiges Münzen-Rein- Steck-und-Raushol-Spiel, muss man auch vorsichtig damit sein, dass man zum Beispiel die Erkenntnisse der Spieltheorie dann plötzlich eins zu eins einen Leuten vor die Nase hält, mit denen man irgendwie auf dem Parkplatz bei Penny in Streit kommt oder so. Also das ist jetzt nicht die Art und Weise der Grundspielplan, wie unsere gesamte Menschheit funktioniert, sondern es sind halt wertvolle Einsichten in besonderen, ja, in besonderen Extrasituationen, dass es da Muster gibt von Verhalten. Also, die wichtigste Lektion nach diesen dreien, wiederholte Interaktionen, mögliche Win-Wins, wenige Missverständnisse, die merken wir uns übrigens, ist, wenn es einen wirklich wichtigen Punkt gibt, der aus all dieser Spieltheorie folgt, ist es dieser. Die Art des Spiels bestimmt das Verhalten der SpielerInnen. Unser heutiges Problem ist nicht, dass Menschen Vertrauen verlieren oder dass unsere Umwelt der Evolution von Vertrauen entgegenwirkt. Es mag zynisch oder naiv klingen, dass wir lediglich Produkte unserer Umwelt sind, aber Spieltheorie erinnert uns daran, dass wir unsere gegenseitige Umwelt sind. Kurzfristig bestimmt das Spiel die SpielerInnen, aber langfristig sind wir SpielerInnen es, die das Spiel bestimmen. Also tu, was du selbst für die richtigen Bedingungen zur Entwicklung von Vertrauen tun kannst. Schaffe Beziehungen, fände Win-Win-Situationen, kommuniziere verständlich, dann, vielleicht, schaffen wir es das Feuer einzustellen, aus unseren Gräben zu kommen und das Niemandsland zu überqueren, um zusammenzukommen und alle zu lernen, leben und leben lassen. Und dazu gibt's unter der immer noch derselben Gitarrenmusik, die wir jetzt nochmal kurz eingeschaltet haben für diesen Moment, da gibt's dann den, äh, ja, die Illustration A Christmas Truth Between Opposing Trenches von AC Michael vom Januar 1915. Also gut. Ähm, das wollte ich euch vorstellen gerne als eine Vertiefung zu dem Video, ähm, zu den Spieltheoretischen Ansätzen dort. Wir haben hier eine, ja, wir haben hier eine, ähm, eine Animation gehabt von, von ziemlich komplizierten Inhalten, die sehr gut zeigt, was, ähm, was diese spieltheoretischen, ähm, Mechanismen im Grunde für unsere Entscheidungsstrukturen, ähm, für Auswirkungen haben. Und ich wollte nochmal darauf hinweisen, ähm, es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Spielen und eins davon würde ich eventuell auch nochmal zu einem anderen Thema, äh, äh, einbringen. Und zwar gibt es noch die andere, das ist die Parabel der Polygone, da geht es um Fremdenfeindlichkeit und wie, ähm, ja, wie die, wie sich zum Beispiel Segregation in Wohnvierteln erklären lässt über solche Ansätze. Nochmal zusammenfassend, es geht also eben um diese, um die Möglichkeit der immer wiederkehrenden Interaktion, es geht um die Möglichkeit von Win-Wins und es geht darum, dass wir diese Kommunikationsfehler nicht die ganze Zeit, ähm, ja, dass wir erstmal die Kommunikationsfehler vermeiden, wo wir können, und dass wir aber auch andererseits, wenn uns Dinge passieren, wo wir nicht verstehen, wie sie zustande gekommen sind, dass wir da nicht sofort böse Absicht hinter vermuten. Der Part zur Spieltheorie hat mich jetzt noch dazu bewegt, zwei, ähm, ja, ich möchte gerne noch zwei Visionen formulieren, die ich in, dann jetzt aus dieser, mit diesem Hintergrund, ähm, bezüglich des Themas Commons und Gemeingüter, ähm, ja, für mich mitgenommen habe. Und zwar ist das, ich möchte einmal reden über die Frage, sollten Naturgüter Gemeingüter sein, oder sollten sie Privateigentum sein? Und zu zweit, äh, als zweites möchte ich darüber reden, was mit ideellen Gütern passieren soll, die also gar keine materiellen Güter sind, also keine Bäume oder kein Land oder kein, kein Auto, sondern sowas wie eine Idee oder ein, ein Gedicht oder ein Musikstück. Ähm, und darüber, wenn ich jetzt also mit diesem Spieltheoretischen Hintergrund in das Thema Commons und Gemeingüter einsteige, möchte ich natürlich erst mal vorher mit euch erklären, also mit euch klären, was überhaupt Gemeingüter sind. Das ist eine Broschüre, ein Report, ein Commons-Report, ein, über Gemeingüter seitens der Heinrich-Böll-Stiftung. Ähm, Gemeingüter Wohlstand durchteilen. Der wurde unter anderem von Silke Helfrich rausgegeben, von der werde ich dann später auch nochmal ein, ähm, ein Buch zeigen, das sie auch mit herausgegeben hat oder das sie herausgegeben hat. Das hat dann auch damit zu tun. Davon hatte ich gerade eben gesprochen. Ich habe es kurz ein bisschen durcheinander bekommen. Diese, ähm, diesen Report gibt es zum kostenlosen Download auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung. Ähm, und da sind, wer sich da einlesen möchte, das ist einfache Sprache, ähm, nicht so total abgefahrener, ähm, ja, Kauderwelsch aus der Wirtschaftsphilosophie oder sonst wo, ähm, sondern, oder aus den Wirtschaftswissenschaften, sondern es gibt im Grunde einfache Grundlagentexte mit kleinen Infoboxen, mit, ähm, ähm, ja, kleinen, ähm, mit kleinen Bits hier am Rande, wo man immer mal schauen, eine kleine interessante Information nochmal mit dazu geschoben bekommt. Aber ich möchte mit euch halt hier, ähm, mal kurz durchgehen und ein paar wenige Stellen rausgeben, ähm, die zum Beispiel übers, übers Nachdenken mit, mit Gemeingütern anregen. Nämlich hier erstmal diese vier Fragen, die hier formuliert werden. Ähm, wenn wir uns über Gemeingüter, ähm, unterhalten, dann fragen wir uns im Grunde, welche Konsequenzen hätte es, wenn Grund und Boden nicht privat, ähm, irgendwelchen Leuten gehören würden, sondern der Allgemeinheit. Wie verändert sich der öffentliche Raum, wenn er nicht mehr durch Werbung, Lärm, Autos oder Parkhäuser beliebig privatisiert werden darf? Das ist jetzt noch eine weiterführende Frage, ähm, die würde ich jetzt in diesem Moment mal kurz zurückstellen. Wie wäre es, wenn die freie Nutzung von Wissen und Kulturgütern die Regel und deren kommerzielle Nutzung der Verkauf die Ausnahme wäre? Das ist der zweite Punkt, den ich gerade eben angesprochen habe. Und welche Regeln und Institutionen sind für den sinnvollen Umgang mit Gemeingütern gut? Ich habe mich, ähm, gefreut, dass in diesen Fragen schon direkt meine, ähm, meine Ordnung, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, worüber ich heute reden wollte, direkt schon ein bisschen vorgegeben wird. Ähm, wir sind jetzt hier auf Seite 4 und ich gehe einmal kurz weiter, weil man hier unten eine Frau abgebildet sieht, die in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, das ist nämlich Eleanor Ostrom. Ähm, sie lehrte, ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch lehrt, Politikwissenschaft an der Indiana University in Bloomington. Ähm, 2009 bekam sie als erste Frau den Wirtschaftsnobelpreis und das nämlich für ihre Arbeit zum Thema Commons. Sie beschäftigt sich in ihrer Forschung mit Wasserversorgung, Fischerei, Holzeinschlag, der Nutzung von Weideland, das kommt später noch, von Jagdrevieren. Dabei ist sie eine Grenzgängerin. Ostrom arbeitet an einer Schnittstelle zwischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaft und bereichert so beide Disziplinen. Ihr Schlüsselwerk ist das Buch die Verfassung der Allmende, also die Verfassung des Gemeinguts. Das sind alles Synonyme für Gemeingüter. Commons bedeutet Gemeingüter, Allmende ist ein altes deutsches Wort für Gemeingüter. Man findet diese Wortwolke dann eigentlich immer wieder. Ähm, und von da aus möchte ich gerne einmal runterscrollen auf Seite 9, weil da sind nämlich, ist nämlich mal ganz gut dargestellt, ähm, hier gibt es eine Übersicht dessen, wie man sich Commons vorstellen kann. Die Unterteilung ist, wie ihr schon bestimmt gemerkt habt, die, was ist, was ist also Privatbesitz und was ist Allgemeinbesitz. Commons in der Natur könnten sein, in der Natur sind alle Menschen auf Wasser, Wälder, Boden, Fischgründe, Artenvielfalt, Landschaft, Luft, Atmosphäre, mitsamt den damit verbundenen Lebensprozessen angewiesen. Jeder Mensch hat einen Anspruch auf Teilhabe an diesen Naturgütern, unabhängig von seinem eigenen Privateigentum an ihnen. Das hatte Mai kurz am Anfang angesprochen, zum Beispiel die Atmosphäre, die Zusammensetzung der Erdatmosphäre, die ja auch unser, das klimatische System unseres, äh, unser aller, unser aller Lebensraum ist, von unser aller Lebensraum bedingt, ähm, ist auch ein Commons, ist auch ein Gemeingut. wir können alle unsere Emissionen da reinblasen und es wird jetzt bisher noch keinen geben, der uns da richtig doll auf die Finger haut. Das ist ja sowieso so ein weltweites Problem, dass wir kaum Leute ernsthaft zur Verantwortung ziehen können in solchen großen Fragen, gerade wenn es um globale Commons geht. Äh, aber es sind halt eigentlich, ähm, Güter, die uns allen gleich gehören. Ähm, die Welt selber, die Ozeane zum Beispiel und es gibt bestimmte, ja, weit entfernte Güter, zum Beispiel die Antarktis, die ist auch, die sich auch noch erstaunlich weit in diesem, ähm, Allmende, in diesem Commonsstatus gehalten hat. Ursprünglich waren zum Beispiel jetzt, wenn wir, wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückgehen, war die meiste Landfläche, zum Beispiel in Deutschland, war eigentlich durch Allmende bewirtschaftet. Also wenn, dann gibt es zum Beispiel so ein öffentliches Jagdrecht oder ein öffentliches Recht, sich, ja, Holz zu schlagen oder so und das wurde erst dann, ähm, im Laufe der Zeit immer weiter in Privateigentum überführt. Es wurden quasi im Grunde Zäune aufgestellt. Es wurde gesagt, du kommst hier nicht rein, das ist jetzt mein Wald, hier jage nur ich und du machst das bitte woanders. Das ist also, Naturgüter sind prädestiniert dafür, ähm, als Commons behandelt zu werden. Deswegen sind sie auch gerade für mich so interessant. In sozialen Beziehungen sind Plätze, Parks, öffentliche Gärten, Feierabend, Sonntag, Ferien, aber auch Mitfahrgelegenheiten, digitale Netze oder Sport- und Freizeittreffs eine Voraussetzung dafür, dass Sozialbeziehungen florieren können. Wir alle profitieren von Räumen und Zeiten, die ungerichtete und unprogrammierte Begegnungen ermöglichen. Soziale Gemeingüter können vielfach von den betroffenen Gemeinschaften und Bürgerinitiativen selber gepflegt werden. Sie reichen aber auch in den öffentlichen Bereich hinein, indem sie die öffentliche Daseinsvorsorge eine wichtige Rolle spielt. Sollen komplexe Leistungen wie Gesundheitsversorgung, Mitbestimmung und ein stabiles Finanzsystem für alle gesichert werden, sind innovative Herangehensweisen jenseits von Markt und Staat erforderlich. Ich kann rauslesen, dass dieser Satz von Silke Helfrich wahrscheinlich geschrieben wurde, denn, ich klicke mal eben auf die andere Seite, das Buch, über das ich sprechen möchte, ist von ihr herausgegeben, das heißt dann Comments für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat. Da kommt dann diese Formulierung wieder. Aber dazu komme ich gleich. Also die Idee ist, soziale Räume, wir brauchen starke, öffentliche, soziale Räume, in denen wir uns alle bewegen können. Zum Beispiel in Deutschland gibt es ja viele öffentliche Plätze, aber auch zum Beispiel öffentliche, digitale Räume, eine ARD-Mediathek, wo wir, ja, die halt für uns eine wichtige Rolle spielen, über die wir alle gemeinsam verfügen. Das Internet selber ist auch als ein Comments zu verstehen, wenn man das so möchte. Und da ist zum Beispiel der letzte Absatz zu. In der Kultur liegt es auf der Hand, dass Sprache, Erinnerung, Gebräuche und Wissen für jegliche materielle und nicht materielle Hervorbringung unabdingbar sind. Das ist eine wichtige Einsicht, auch zum Beispiel der sozial-ökologischen Ökonomik, dass wir grundsätzlich in der produzierenden Wirtschaft nie aus dem Nichts heraus produzieren, sondern dass da auch immer andere Grundproduktivitäten oder Basisproduktivitäten mit einfließen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, das ist ja einer der, da komme ich später zu, aber da ist einer der Grundgründe für ein Patent ist ja, ich habe mir das ausgedacht, das wusste vorher keiner, ich habe es mir jetzt ausgedacht. Dass diese Idee mit, ich habe mir gerade XY ausgedacht, davon eine Voraussetzung hat, nämlich, dass diese Person zum Beispiel zur Schule gegangen ist und eine Sprache gelernt hat und viele andere Dinge schon aufgenommen hat von anderen Leuten kostenlos, um dann in die Lage versetzt zu werden, sich etwas Neues auszudenken, das wird dann oft vernachlässigt und das ist halt in diesem Satz wird es halt reingestellt, also die ganzen, es gibt ganz viele hintergründige Voraussetzungen, die bestehen müssen, damit Neues entstehen kann. So, so wie wir natürliche Gemeingüter für das Überleben brauchen, sind kulturelle Gemeingüter notwendig für unser kreatives Tun. Letztendlich stützen wir uns in Geist und Geschick auf die Vorleistung zurückliegender Generationen. In gleicher Weise müssen die Leistungen der Gegenwart an kommende Generationen freizugänglich weitergegeben werden. Der zentrale Punkt für mich ist hier Wissen oder Information. Es gibt natürlich auch dann die die narrative Variante davon, das sind halt Gebräuche, Erinnerungen oder zum Beispiel Erzählungen. Da würden dann zum Beispiel alle diese kulturellen Leistungen hinkommen, Gedichte, Romane, Sprache, das würde da alles mit reingehen, aber auch zum Beispiel Musik. Aber für mich ist jetzt gerade in diesem Moment zentral Wissen. Das sind kulturelle Kommens. Und im digitalen Raum funktionieren Produktion und Austausch umso besser, je weniger der Zugang zu den Objekten und Datenbeständen behindert wird. Für die Navigation in der virtuellen Welt und für eine kreative kulturelle Entwicklung ist es unabdingbar, dass Softwarecodes sowie der Reichtum der hochgeladenen Texte, Töne, Bilder und Filme nicht hinter Eigentumsansprüchen verschlossen werden. Damit setzen wir uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen in den Nesseln, denn das ist ja eine Diskussion, die schon eine ganze Zeit auf ziemlich hoher Flamme brennt und zwar die Diskussion um das Urheberrecht. Ich mache ja gleich einmal die Naturgüter auf und danach lande ich aber bei immateriellen Gütern und da werde ich dann nämlich meinen Take auf das moderne Urheberrecht einmal erzählen und da geht es dann genau darum, wer hat hier die, also wer darf solche Dinge begrenzen und gerade im Internet sehen wir nämlich mit die besten Beispiele für Kommens, also in der besten modernen Beispiele, Wikipedia zum Beispiel oder überhaupt, wie ich gesagt hatte, das netzneutrale, freie Internet. Aber das waren jetzt nur, das sollte, ich wollte diese vier Perspektiven zeigen, um bei euch mal die Idee festzumachen, was sind überhaupt eigentlich alles Kommens, was sollen eigentlich Kommens sein. Ja. Von da aus gehe ich jetzt weiter. Die, grundsätzlich sind die beiden Regeln und ich möchte es so einfach machen wie möglich. Man kann bei diesen Wirtschaftsthemen wirklich meistens beliebig, kompliziert werden, wenn man möchte, deswegen möchte ich es so einfach halten wie möglich. Was ich von Kommens mitnehme, ist der Anspruch an diese Güter, die ich jetzt hier gerade eben alle aufgezählt habe, sind zwei Regeln. Die eine Regel ist, wenn ein Gut, welches auch immer, sei das ein natürliches, ein soziales, ein kulturelles, wenn ein Gut ein endliches ist, dann braucht es gemanagten Zugang für alle. Also es darf nicht diesen Ausschluss geben und dann verkaufe ich es, sondern es muss einen Zugang für alle geben, der aber eben gemanagt ist, also wo es ein System der Auswahl und der Strukturierung und der Organisation gibt. Wenn es aber ein unendliches Gut ist, das sich nicht erschöpft durch Nutzung, das sich nicht erschöpft, dadurch, dass ich es zum Beispiel vervielfältige, das nicht an Wert verliert, dann muss es für dieses unendliche Gut freien Zugang für alle geben. Und das ist die Kernunterscheidung überhaupt für alle Kommens, unendliche Güter, freier Zugang für alle, endliche Güter, gemanagter Zugang für alle. Und in diesem für alle liegt der Gegensatz zu unserem modernen Wirtschaftssystem, das im Vordergrund steht. Ich möchte da hingehen zu einer, ich möchte einmal springen zu einer, zu einem Beispiel, was immer aufgebracht wird oder lange immer wieder aufgebracht wurde, und zwar ist das die Tragödie der Almende, das ist ja auch der Titel des Videos von Mai gewesen, und zwar ist das eine, der amerikanische Biologe Hardin hat dann einen Aufsatz geschrieben 1970 oder 1968 und den möchte ich einmal mit euch durchgehen, das ist nur eben kurz anderthalb Seiten, weil das nämlich, dann wisst ihr, das Paradebeispiel für Commons, habt ihr da schon mal den Hintergrund und macht den, diesen Denkfehler, der da drin steckte vor 50 Jahren, den müsst ihr alle nicht nochmal machen. Eine Art staatliche Regionierung oder international? Da würde ich jetzt auf die Unterscheidung noch gar nicht gehen, es geht mir gerade nur darum, wie ich Güter überhaupt verfasst sehe und wer dann am Ende diese Managementregeln aufstellt, da kommen wir später noch zu. Es geht mir jetzt gar nicht darum, das aufzumachen, ob das jetzt innerhalb einer Nation oder zwischen Nationen organisiert wird. Zum Beispiel das Commons der Antarktis wird ja auch international verwaltet. Also, ich lese das kurz vor. Der US-amerikanische Biologe Garrett Hardin setzte 1968 eine machtvolle Metapher in die Welt. Im renommierten Wissenschaftsmagazin Science veröffentlichte er den Aufsatz The Tragedy of the Commons, die Tragik der Allmende. Hardins Bild war eins von einer Weide, auf die alle Herdenbesitzer ihre Schafe treiben und das hat Karriere gemacht. Nach Hardin tut jeder Herdenbesitzer angesichts der sich bietenden Gelegenheit, sich an der Weide schadlos zu halten, dasselbe. Er fügt seiner weidenden Herde ein Schaf hinzu, dann noch eins und noch eins und so weiter. Dem Einzelnen scheint der augenblickliche Gewinn schnell fassbar. Ein sattes Schaf mehr, ein Anteil mehr, ein Vorteil mehr. Die Kosten aber werden für ihn erst allmählich spürbar und übrigens auch auf die Allgemeinheit verteilt, denn sie werden durch alle, ja, im nächsten Satz durch alle geteilt und in die Zukunft verschoben. Hardin war überzeugt, dass diese Dynamik unvermeidlich sei. So ist ja Mai auch eingestiegen am Anfang. Sie wirke so lange, bis die Weide überweidet ist und niemandes Schaf mehr ernährt. Garrett Hardin beschreibt dies als unvermeidliches Schicksal, die Tragik der Allmende sei technisch nicht lösbar und erfordere angesichts steigender Bevölkerungszahlen drastische Maßnahmen, ein niederschmetterndes Fazit. Das Bild der übernutzten Allmende wurde seit den 1970er Jahren unkritisch auf zahlreiche Situationen kollektiver Ressourcen Bewirtschaftung übertragen und immer wieder als Beispiel genommen, warum man eben Privateigentum einführen sollte, denn sobald es jemandem gehört, fühlt sich jemand verantwortlich und stellt sicher, dass andere Leute diese Ressource nicht übernutzen. Ist nicht der Fall, kann man zeigen, dass es nicht wirklich besonders gut hilft, aber war das Argument. Es hielt Einzug in die sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbücher und prägte das Denken ganzer StudentInnen-Generationen. Dabei wuchs die Vorstellung von der Tragik der Allmende zu einem unausrottbaren Mythos. Daran endete auch der Kommentar des Ökonomen Partha Dasgupta wenig. Dasgupta meint zum maßgeblichen Abschnitt des Hadeschen Essays, es sei schwierig, eine Passage vergleichbarer Länge und Berühmtheit zu finden, die so viele Fehler enthält. Erst die zahlreichen Forschungen aus dem Umfeld der Wirtschafts- und Weltpreisträgerin Elinor Ostrom haben die Grobschlechtigkeit des Tragik-Arguments erkennen lassen. Harden hat dazu beigetragen, der engen Perspektive vom Menschen des Homo-Ökonomikus als bloßer Nutzenmaximierer Nahrung zu geben. Schon 1954 hatte Scott Gordon angesichts der drohenden Überfischung der Meere das Niemandsland mit dem Eigentum aller gleichgesetzt. Der Satz Jedermanns Eigentum ist Niemandes Eigentum erlangte Berühmtheit. So folgt ein Kurzschluss dem Anderen. Die Tragik der Allmende sei zwangsläufig, solange alle Zugang zu er haben, solange sie Jedermanns und damit Niemandes Eigentum ist. Harden sah sich Jahre später zu Korrekturen veranlasst und bezeichnete nun sein Essay genauer als eine Analyse der Tragik der unverwalteten Gemeingüter. Tatsächlich beschrieb er in seinem ursprünglichen Essay eine Situation des ungehinderten Zugangs zu Land, das niemandem gehört. Er verwechselte Gemeingüter mit Niemandsland. Und mit diesem Foto der Weide belasse ich es jetzt mal. Ja genau, nein, der Teil ist auch noch wichtig. Zudem ging Harden offenbar davon aus, dass die Herdenbesitzer nicht miteinander reden, aber Menschen, die natürliche Ressourcen gemeinsam bewirtschaften, tauschen sich ständig aus. Gemeingüter entstehen und entfalten sich aus der Kommunikation in lebendigen sozialen Netzen. Schließlich nahm Harden auch an, dass Menschen vorwiegend für den Verkauf mit entsprechender Gewinnerwartung produzieren. Stattdessen benötigen wir die Fülle der Gemeingüter vor allem für uns selbst. Ist das gesichert, muss eine kommerzielle für den ersten Einstieg in das Geschäft? Die sogenannte Tragik der Allmende ist immer eine Tragik der menschlichen Gemeinschaft, ein Versagen, vernünftige Regeln für den Umgang mit Gemeingütern zu entwickeln und durchzusetzen. Nirgends wird es deutlicher als dort, wo es tatsächlich ungeregelten Zugang zu natürlichen Ressourcen gibt oder wo die Kooperation innerhalb der Gemeinschaft aus verschiedenen Gründen nicht existiert. Die dramatische Übernutzung der Atmosphäre, Klimawandel, die drohende Ausrottung der weltweiten Fischbestände, sie offenbaren das bisherige Scheitern zahlloser Versuche, um als Weltgemeinschaft miteinander auf sinnvolle Regeln zu verständigen. Das muss und kann anders sein. Ja, das ist jetzt ein ziemlich starkes Statement hier. Ich würde jetzt eben auf diesem Bild mal kurz bleiben und sagen, wo jetzt genau der Denkfehler bei Harden war. Nämlich, es gab ja gerade eben die beiden Regeln, unendliche Güter, freier Zugriff für alle, endliche Güter, gemanagter Zugriff für alle. Das bedeutet nicht, es gibt einen Unterschied zwischen es ist Niemandsland, alle können loslegen, haut rein und wir verkaufen es an eine Person und die Person regelt das über ihr Privateigentum und das Eigentumsrecht. Das sind zwei Pole und es gibt dazwischen eine ganze Grauzone und die wurde ja von Eleanor Ostrom dann so gut beschrieben, nämlich, wenn wir in die Bewirtschaftung von öffentlichen Naturgütern, von gemeinschaftlich genutzten Naturgütern schauen, dann sehen wir viele Beispiele dafür, dass solche Bewirtschaftungen funktioniert haben, eben weil die Leute sich kennen und weil sie untereinander Organisationspfade entwickelt haben, wie sie den Zugang zu diesen endlichen Ressourcen managen. Und das muss nicht immer ein Markt sein, wo man dann quasi einen Zaun drum baut und sagt, ihr dürft hier alle nicht, außer ihr bezahlt mir was, sondern es können ja auch Systeme sein, wie zum Beispiel Tradition, wie Anstand, wie betriebliche Reputation. Dann gibt es Beispiele noch und nöcher, nehmen wir die Almbewirtschaftung in Süddeutschland, die Bergalmen, da gibt es eine lange Tradition der bewirbten Beweidung von Almen in Almende. Aber ja, solche Systeme funktionieren dann, wenn die Personen, die da miteinander in Kontakt stehen, immer wieder miteinander in Kontakt stehen und sie zerbrechen dann, wenn zum Beispiel eine Person von außen kommt und sich in diesen ganzen lokalen Strukturen dafür nicht kümmert und sich dafür nicht interessiert und dann dementsprechend all die Regeln bricht, die da eigentlich bisher dazu geführt haben, dass die Bewirtschaftung wunderbar funktioniert und alle davon genug haben. Jetzt hatte ich gerade eben noch dieses Buch aufgebracht und zwar ist das das von Selke Helferich war die Person, bei der ich einen Workshop zum Thema Commons gemacht habe, übrigens im Rahmen der Konferenzwoche der Lafanne Universität, wo ich ja auch schon vor zwei Wochen von gesprochen habe und sie hat dann dieses Buch rausgebracht, was im Grunde eine Sammlung von verschiedenen Beiträgen ist, von verschiedenen Leuten zu diesem Thema und das möchte ich auch mal kurz vorstellen. Interessant ist nämlich, vielleicht kann Marvin den Link auch nochmal bringen, dieses Buch ist nämlich selber als Commons verfügbar, es steht unter einer Creative Commons Lizenz, das heißt man darf es verbreiten, man darf es benutzen und öffentlich zugänglich machen, man kann auch Abwandlung und Bearbeitung des Wertes anfertigen, man kann auch das Werk kommerziell nutzen, also über diese Lizenzen geht es dann im Grunde vielleicht später nochmal drum, wenn es darum geht, wie, wenn wir sagen, wie wollen wir denn Commons verwalten, wie wollen wir denn zum Beispiel ideelle, immaterielle Commons verwalten, die eben keine Häuser oder Schuhe sind oder Stücke Land, sondern Ideen oder Musikstücke, Alben, Bücher, wenn das jetzt plötzlich nicht mehr verkauft wird und wenn es nicht mehr vom Urheberrecht in der Form geschützt wird, welches Urheberrecht schützt denn dann zum Beispiel, ja, das, was geistiges Eigentum tatsächlich ausmacht und eine Antwort oder ein Beginn der einer Antwort entwickelt sich in dieser Creative Commerce Lizenz oder in der GNU Lizenz, mit der Wikipedia veröffentlicht wird, also diese, da in diesen Lizenzen steckt enorm viel Potenzial. Gerade, wir lernen super viel aus dem digitalen Bereich, Firefox ist ja auch über eine offene Lizenz, ja, also gemacht und das ist schon, also da sehen wir, wie es gehen kann. Da lernen wir im Grunde immer weiter durch Projekte wie dieses, dass jemand ein Buch rausbringt und tatsächlich es schafft, den Verlag davon zu überzeugen, dann zu sagen, hey, dieses Buch wird hier quasi zum Verkauf angeboten, aber es wird übrigens auch komplett kostenlos auf dieser Internetseite zu runterzuladen sein und das ist legal und dann kann man es auch benutzen, verändern und weiterverbreiten. Ja, darf man machen. Das Ausdrucken, an irgendwen verschenken oder an irgendwen verkaufen. So, und da möchte ich eben kurz zeigen, es sind hier Leute drin, zum Beispiel Friederike Habermann, da wurden mir jetzt schon, während ich, seit ich meine Bundestagskandidatur angefangen habe, wurden mir bestimmt einmal alle zwei Wochen ein Buch von Friederike Habermann empfohlen. Rob Hopkins, von dem hatte ich vorletzte Woche auch schon gesprochen, das ist der, einer der Vordenker in der Transition Town Bewegung, ja, und andere Leute aus dieser Zeit. Ich wollte bloß da, Silke Helfrich hat selber auch noch was geschrieben, ein, zwei Beiträge. Vielleicht wollte ich später, oder ich, nee, ich wollte jetzt darauf hinweisen, auf einen Beitrag von Andreas Weber, und zwar ist das die Seite 34, wenn ich das richtig weiß. Hier gibt's, der hat einen, einen interessanten Absatz dazu geschrieben, ihr könnt es ja gerne selber lesen zu Hause, er hat einen interessanten Absatz dazu geschrieben, was natürlicher Antikapitalismus bedeutet, also warum, wo in der, aus ökologischer Perspektive, äh, bestimmte Marktgesetze, die wir für, für, in der klassischen Ökonomie für gesetzt halten, dass sie da nicht wirklich, ähm, nicht vorhanden sind oder nicht ziehen. Unter anderem die Effizienz, die Biosphäre ist nicht effizient, äh, Wachstumszwang, die Biosphäre wächst nicht, sie ist in einem Steady, in einer Steady-State- Ökonomie, könnte man so sagen, das, ähm, Grundkonzept der Konkurrenz, da habe ich auch in meiner Masterarbeit, ähm, aus der Perspektive von Hartmut Rosa kurz drüber gesprochen, ähm, dass Konkurrenz gar nicht so innovationsfördernd und irgendwie, ja, produktiv ist, wie es so häufig heißt, sondern in der Regel destruktiv. Ähm, Knappheit, dass das keine zwingende Notwendigkeit für Ökonomie ist, ähm, in der klassischen Ökonomie ist die, ist, ist das ökonomische überhaupt nur die Verwaltung knapper Güter. Ähm, es gibt aber auch ja Güter, die überhaupt nicht knapp sind und über die wir aber auch gemeinschaftliche Regelungen treffen müssen. Und zuletzt das Eigentum, ähm, dass es das auch als natürlich in der Ökologie nicht gibt. Ähm, das wollte ich aber nur so ein bisschen als Shoutout sagen, da wollte ich gar nicht weiter reingehen. Ähm, wenn ihr Interesse habt, würde ich den Beitrag von, ähm, von Andreas Weber einmal empfehlen. Wirtschaft der Verschwendung, die Biologie der Allmende. Damit ist das auch schon zu. Und ich möchte, ähm, einmal sagen, was, ja, jetzt bin ich bei Naturgütern und danach eben bei den ideellen Gütern. Ich bin der Auffassung, dass Naturgüter nicht zwingend, ähm, Eigentum sein können, sollten. Nehmen wir beispielsweise Wohn-, ähm, Landbesitz. Wenn wir davon ausgehen, dass das Land grundsätzlich allen gehört, ähm, dann, dann können wir, können wir es nicht besitzen. Denn, ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück, die, was, wenn jetzt Leute Land besitzen, dann können sie in der Regel eine ziemlich, ähm, feste, äh, feste Kette nachweisen. Und das ist diese Kette legitimer Aneignung. Also, ich habe das Land gekauft, von jemandem, der hat's geschenkt bekommen, von jemandem, der hat's geerbt bekommen, von jemandem, der hat's irgendwo ersteigert. Also, im Grunde gibt's dann überall ökonomisch, sag ich jetzt mal, legitime, legale Formen der Übereignung. Ähm, und da kann fast jede Person, die irgendwas besitzt, zum Beispiel irgendein Naturgut, kann diese Kette, äh, beruft sich auf diese Kette und sagt, ich besitze das jetzt und das ist auch gut so, dass ich's besitze, denn ich habe es zu den und den Regeln von anderen Leuten übernommen und da haben wir uns darauf geeinigt, das ist richtig so. Da gibt's aber bei Naturgütern in der Regel, in, in fast jedem Fall gibt's das ungelöste Problem der illegitimen Erstaneignung. Man fragt sich zum Beispiel bei einem Stück Land, wer ist denn zu aller, aller erst auf die Idee gekommen, das hier zu besitzen und wessen war es vorher? Das war doch dann unser aller. Das heißt, irgendwer wird hier einfach hingekommen sein und einen Zaun drum gebaut haben und einfach gesagt haben, ist meins. Und das ist ja illegitim. Das heißt, wenn du jetzt mit deiner Kette der Aneignung das alles zurückverfolgst, dann, ähm, dann habe ich einen Grund, das zum Beispiel nicht anzuerkennen, hab zu sagen, ja, hab den, hab einen Grund zu sagen, das finde ich aber nicht okay und wir sollten das anders regeln. Du kannst mir jetzt auf jeden Fall nicht, weil du ein Eigentum darauf, also besitzt, mir den Zugang zu, zu der Nutzung dieses Naturgutes verwehren. Denn das ist ja das, was Privateigentum eigentlich ist. Es ist eine, es ist eine, es verwehrt den Zugriff aller anderen. Und, ähm, die, das, die Problematik der illegitimen Erstanneignung, die finden wir immer dort, wo eine, eine Besitzkette damit angefangen hat, dass irgendein Dude vorbeigekommen ist und im Grunde gesagt hat, hey, ich hab die brutalere Schläger-Truppe und ihr verzieht euch jetzt alle von meinem Land. Ähm, das haben wir, ja, tatsächlich relativ häufig bei allen möglichen Eigentumsverhältnissen. Wir würden also, ähm, wenn wir da andersrum rangehen, würden wir den Leuten sagen, ähm, wir wollen, wir wollen diese, diese Kette in Frage stellen. Wir sagen, die illegitime, die, die Erstanneignung war an sich nicht legitim und deswegen sind jetzt auch alle Übertragungen nicht legitim. Ähm, und dann wäre das alternative Eigentumsmodell oder das alternative Nutzungsmodell wäre dann folgendes, nämlich, es gibt keine Naturgüter, die besessen werden können. Zum Beispiel jetzt einen Fluss kann man ja auch nicht besitzen oder die Nordsee, sondern es wird im Grunde als Allgemeingut verwaltet, beispielsweise von der Regierung, kann aber auch zum Beispiel durch Europarecht passieren, also wir sind ja alle die Regierung, denn so funktioniert der Demokratie. Das heißt, wir geben uns gegenseitig Regeln und, äh, diese Regeln bestimmen dann, welche Person, welches Naturgut wie nutzen darf. Ähm, und dann nehme ich mal ein plakatives Beispiel, das einfach zu verstehen ist, Fischfang, ähm, da kann, es muss nämlich nicht immer eine Marktvariante geben, es muss nicht immer eine Variante geben, wo man jetzt irgendwie sagt, ich, ich angele jetzt hier privat und dann muss ich für jeden Fisch bei der Behörde vier Euro bezahlen oder so, oder weil ich jetzt ein, weiß ich nicht, Nordrhein-Westfalen bin und da sind Fische nicht so häufig oder da gibt's irgendwie den einen Fisch weniger, deswegen kostet er da mehr, wenn ich den aus dem Fluss holt oder so, das, es muss nicht immer so Marktlösungen geben, sondern zum Beispiel, wie wir es jetzt gerade momentan auch haben, ist ja im, im kleinen Bereich reicht ja ein System von einer, ja, nicht, nicht marktorientierten Regelung, sowas wie halt ein Angelschein. Also damit, das ist im Grunde nur eine Regelung zwischen uns allen, wo wir sagen, eigentlich darf hier jede Person fischen, aber alle, die das wollen, müssen vorher einen bestimmten Lehrgang machen und nachweisen, dass sie über, ja, bestimmte Regeln, Common Sense der Fischerei im privaten Rahmen, ja, dass sie darüber informiert sind und dass sie das, ja, dann eine Prüfung abgelegt haben oder was auch immer, eine kleine Bearbeitungsgebühr bezahlt haben und dann können sie losziehen und natürlich unter den bestimmten Regeln, die wir uns alle gesetzt haben, einfach gerne Fische aus irgendwo rausziehen, ist ja okay. Aber wenn eine Person dann sagt, ich schränke jetzt, ich habe jetzt was anderes vor mit diesem Wasserkörper, ich will hier zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Werft bauen oder so und hier soll jetzt überhaupt keiner fischen, dann muss es eine gesamtgesellschaftliche Rechtfertigung dafür geben, warum da niemand hin darf und die kann es ja geben, dafür können wir ja Regeln machen, aber dann muss die Person, die dann hier das Nutzungsrecht sich quasi reserviert, die muss dann auch irgendwas, ja, irgendwas zurückgeben und das ist gerade in so großskaligen Projekten, wie zum Beispiel nehmen wir mal auch wieder Fischerei, bloß einfach in riesig, würde das dann wahrscheinlich schon die bewährte oder die nicht bewährte, sie läuft ja gerade nicht gut, aber die eine ähnliche Form annehmen, wie sie es jetzt gerade hat. Das heißt, wir haben im Grunde ein Naturgut, ein Fischbestand und den möchte jetzt jemand befischen, erwirbt sich dann das Nutzungsrecht, er kann ja nicht das Meer kaufen und zieht dann los und kann dann so viel rausholen, wie er will. Ich wollte eigentlich noch einen Exkurs machen zum Thema Ökosystemdienstleistungen, das werde ich aber überspringen, weil das nämlich viel zu weit führt. Ich fasse es kurz zusammen, zeitlich jetzt würde es irgendwie ausarten, aber ich fasse das kurz zusammen, als wir, die Idee der Ökosystemdienstleistung ist erfunden worden, um Leuten in der Ökonomie, die ökologische Werte nicht berücksichtigt haben, in ihren Berechnungen oder in ihren Entscheidungen, um denen mal die Alarmglocke zu schlagen und zu sagen, hey, was du hier gerade weg, Buldo, das ist wirklich viel wert und ich weiß nicht, weil du keine Lust hast, dich in meinen Bereich einzuarbeiten, ich weiß nicht, wie ich das in so einfache Zahlen ausdrücken kann, dass ihr das auch mit in eure Berechnungen einfügen könnt, aber ich versuche es mal. Also Ökosystemdienstleistungen, da handelt es sich einfach um Ökosystemfunktionen, also bestimmte Abläufe, die in Ökosystemen passieren, zum Beispiel eine Pflanze nimmt bestimmte Nährstoffe auf oder eine Biene sucht nach Nahrung oder Wasser fließt einen Fluss runter. Das sind alles Ökosystemfunktionen, Dinge, die dort passieren, erst mal ganz wertfrei. Die Ökosystemdienstleistung ist im Grunde nur eine menschliche Perspektive auf diese Funktionen und selektiert dann danach, welche davon sind für uns wertvoll. Zum Beispiel auf einem Fluss, der Wasser führt, kann ich sehr gut Dinge transportieren, jedenfalls stromabwärts. Dadurch, dass eine Biene hier rumfliegt und sich Nahrung holt, bestäubt sie Blumen, das ist erstmal auch nur eine, bestäubt sie Pflanzen, das ist auch nur eine Ökosystemfunktion, aber diese Pflanzen tragen dann Früchte und die sind für mich wertvoll. Das heißt, so wird dann die Bestäubung auch zur Ökosystemdienstleistung. Und was im wirtschaftlichen Kontext sehr viel passiert, ist dann, dass über Ökosystemdienstleistung, das war jedenfalls die Design-Idee, als man sich Ökosystemdienstleistung ausgedacht hat, war das die Überlegung, damit Opportunitätskostenentscheidungen treffen zu können. Wenn also jemand sagt, ich habe hier ein Moor und ich möchte daraus aber eine landwirtschaftliche Fläche, ein Maisfeld machen, dann ist die rein klassisch ökonomische Perspektive darauf, Moor ist überhaupt nicht produktiv, Mais ist produktiv, kann ich verkaufen, also ist das doch eine Win-Situation oder was. Und jetzt ist dann die Idee der Ökosystemdienstleistung gewesen, nein, die ganzen anderen Services, die ganzen Dienstleistungen, die dieses Ökosystem für uns erbringen, zum Beispiel das Speichern von CO2, das Filtern von Wasser, das Naherholung, all solche Geschichten, die würden wir dann ja verlieren, wenn wir einfach ein Maisfeld hinbauen. Und das ist dann als Verlust zu rechnen, was ihr vorher ignoriert habt. Und der Gewinn, den ihr machen wollt mit dem Maisfeld, der muss nicht nur einfach eure Kosten tragen, eure Investitionen und was auch immer, es muss sich nicht nur für euch rechnen, sondern es muss sich insgesamt rechnen, ihr müsst damit auch den gesamten Schaden eigentlich bezahlen können oder aufwiegen, den ihr währenddessen auch an diesen Ökosystemen anrichtet. Und das, wollte ich nur sagen, hinkt ein bisschen, weil nämlich Ökosysteme, Ökosystemdienstleistungen nicht alles sind. Also es sind auch, es sind auch Dinge, wir haben gar nicht richtig gut verstanden, welche Dienstleistungen alle für uns wertvoll sind und welche nicht. Und diese Idee des Bezifferns, des Quantifizierens, des, wir können euch jetzt sagen, wie viel es kostet, wenn ein Vogel ausgerottet wird oder hier dann nicht mehr so doll brütet wie vorher, die Idee hat sich, glaube ich, die letzten Jahre trotz immenser Anstrengungen international ganz schön verrannt. Ich würde deshalb sagen, diese ökonomische Perspektive des Aufrechnens von Wirkung, Profit und Schaden in, ja, Geldwerten ist ziemlich gestrandet. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir eben nicht über Märkte regulieren sollten, wie wir auf Naturgüter zugreifen, sondern über, ja, mehr qualitative Entscheidungsmechanismen. Wie ich das eben vorhin gesagt hatte, in kleinen Skalen können wir dann irgendwie über, ja, Traditionen oder Absprachen, Anstand, Organisationsmechanismen, ja, lokale Strukturen können wir da ganz viel schaffen. Und in höher liegenden Regionen, also, ja, wenn die, wenn die, wenn die Werte größer werden, wenn die Landflächen größer werden, wenn die Projekte größer werden, wenn irgendwo ein neues Kraftwerk gebaut werden soll oder so, dann müssen wir uns da eigentlich, finde ich, auch auf eine, eine Ordnung besinnen, die sagt, wir haben hier eben keine, ihr habt keine Möglichkeit, das hier zu kaufen, sondern ihr habt nur die Möglichkeit, ein bestimmtes Nutzungsrecht für manche Ökosystemdienstleistung zu erwerben, dann muss da aber, das ist immer zeitlich begrenzt und es muss berücksichtigt werden, welche anderen Ökosystemdienstleistungen dann hier beeinträchtigt werden und welche anderen Ökosystemdienstfunktionen hier beeinträchtigt werden. Und das finde ich in unserem aktuellen System nicht besonders gut berücksichtigt. Schwierig, kann man sich vorstellen, wird es dann zum Beispiel, wenn ich eine riesen Tagebau-Kohlegrube aufmachen will und einfach alle Ökosystemdienstleistungen, tatsächlich sogar alle, das gesamte Ökosystem einfach wegbaggere und es nicht mehr da ist, dann hätten die ein sehr viel größeres Problem, solche Sachen zum Beispiel im allgemeinen Prozess durchzubringen, das zu dürfen. Wenn man das Land besitzt, ist es eine andere Frage. Ja, und jetzt gehe ich noch zuletzt auf den zweiten Punkt ein, nämlich immaterielle Ressourcen. Das sind die immateriellen Güter, die es tatsächlich so haptisch gar nicht gibt, mit die wir nicht anfassen können. Daran runterfallen, und die sind besonders interessant, weil wir im Gegensatz zu Naturgütern, wo die meisten Güter schon endlich sind, nicht alle, aber die meisten Güter sind schon endlich, haben wir bei den immateriellen Gütern den Benefit, und das wird dann zum wirtschaftlichen Problem, dass diese Güter in der Regel unendlich sind. Ein Buch, das ich einfach kopiere und an wen anders schicke, wird dadurch ja nicht weniger. Es wird nicht weniger mein Buch, ich kann es nicht weniger lesen. Ein Lied, das ich dreimal höre, viermal höre, fünfmal höre, wird nicht weniger Lied. Es ist dann nicht weniger da. Eine Idee, die ich mit anderen Menschen teile, ist dann nicht weniger geworden. Sie kann nur im Grunde durch Teilen mehr werden. Und das ist deshalb ein ökonomisches Problem, weil unsere klassische Marktwirtschaft, die eben nicht mit Gemeingütern rechnet, sondern mit Privatbesitz, voraussetzt, dass es einen Markt gibt mit einer endlichen Anzahl von Gütern, die warenförmig sind und untereinander ausgetauscht werden, eben auf diesem Markt. Die beiden Hauptworte da, die interessant sind, sind Warenförmige Güter und marktbasierter Austausch. Die sozialökologische Ökonomie ist ein anderes Wirtschaftsmodell, was dem Rechnung trägt, dass es durchaus auch Güter gibt, die keine Warenform haben, wie zum Beispiel Naturgüter. Was ich mit den Ökosystemdienstleistungen beschrieben habe, ist ein langer Prozess, der dann zum Ziel hatte, Naturgüter als Waren ökonomisch greifbar und berechenbar zu machen. Man spricht davon Komodifizierung, wegen der Commodity. Das ist das englische Wort für Ware. Also die Komodifizierung von Naturgütern ist der Versuch, Naturgüter in diesen Warenförmigen, marktbasierten Transfer einzubringen, der das Einzige ist, worauf das klassische Wirtschaftsmodell tatsächlich schauen kann. Für alles andere ist dieses Wirtschaftsmodell blind. Das heißt, die sozialökologische Wirtschaft erkennt auch nicht Warenförmige Güter an, die nicht auf Märkten verhandelt werden können, sondern über andere Mechanismen verhandelt werden. Und das ist jetzt interessant mit den immateriellen Gütern, denn ich nehme mal ein Beispiel Wissen. Wenn Wissen unendlich ist, kann es via Definition nicht auf den Markt gehandelt werden, weil Märkte Verteilungsinstrumente für knappe Güter sind. Es muss also ein Schritt dazwischen gemacht werden. Und zwar muss sich dieses eigentlich unendliche Gut künstlich verknappen. Und das ist das, wo wir im Grunde den gesamten Tag durchlaufen. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel mein Video für den Klimafasenbeitrag nicht hier teilen konnte, weil es einen Rechtsprozess gibt oder ein Rechtssystem, was das eigentlich unendlich gut liegt, was man überall abspielen kann. Künstlich verknappt, du darfst es aber nicht abspielen, sonst hast du eine Strafe, weil wir haben das so und so geregelt. Und das sehen wir im Patentrecht, das sehen wir im Urheberrecht. Das sehen wir also in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Sei das jetzt nun wissenschaftliche Erkenntnisse, seien das Patente auf Erfindungen, also auf Baupläne oder was auch immer. Oder seien das tatsächlich Musikstücke. Wir sehen da, was da passiert aus Kommens-Sicht, aus Allgemeingütersicht, ist die künstliche Verknappung eigentlich unendlicher Güter zu dem einzigen Zweck, sie dann auf Märkten handeln zu können, weil das die einzige Sache ist, die wir irgendwie gerade im Blick haben. Und das können wir anders und das können wir besser. Und deswegen wollte ich einmal dir zuletzt eben meine Vision auch in dieser Hinricht, wo ich das für Naturgüter schon mal formuliert habe, kein Eigentum, aber temporäre Nutzungsrechte für Ökosystemdienstleistungen. So würde ich das im Grunde für immaterielle Güter auch nochmal formulieren. Die Idee ist also aus der Kommensperspektive, dass es für all diese Güter, weil es ja unendliche Güter sind, freien Zugang für alle gibt. Es gibt also dann die Möglichkeit, jedes Musikstück und jeden Text einfach zu verändern und anders aufzubauen, wie ich möchte. Wenn ich jetzt ein Star Wars Buch rausbringen möchte oder ein besseres Ende von der achten Game of Thrones Staffel, dann kann ich das einfach selber filmen, kann ich Leute gut finden und ich kann das auch auf dem Markt anbieten und verkaufen. Es wäre dann also da die Möglichkeit, alle möglichen Güter tatsächlich in so einen freien Verkehr zu bringen, weil sie ja nicht weniger werden, dadurch, dass ich sie teile. Der Vorschlag ist, wir müssen dann, also wir müssen das Ziel, was das Urheberrecht zum Beispiel gerade macht oder das Patentrecht, diese Ziele, die diese beiden Rechtsbereiche haben, die müssen wir anders erfüllen als über künstliche Verknappung der Güter. Was ist das Ziel zu des Patentrechts oder ich sage jetzt einfach mal des Urheberrechts, weil das weiter zu greifen ist. Das Ziel des Urheberrechts, niemand darf mein Buch verkaufen, niemand darf meinen Text verkaufen, denn ich habe da drei Jahre lang geschrieben an diesem Buch und ich muss ja auch von irgendwas leben und wenn ich davon kein Geld bekomme, dass ich dieses Buch geschrieben habe, dann werde ich einfach nicht mehr in der Lage sein, weiter Bücher zu schreiben. Dann werde ich einfach nicht mehr in der Lage sein, weiter Musik zu produzieren. Das ist aber ein Problem, das um die Ecke gedacht ist. Ja, Leute brauchen ein Auskommen. Das ist die erste Nummer. Wir brauchen eine soziale Absicherung aller Menschen, eine Existenzsicherung. Und zweitens, ja, wir brauchen einen gesellschaftlichen Modus für Leistungsgerechtigkeit. Dass also eine Person, die eine Leistung vollführt, in irgendeiner Form auch eine Anerkennung dafür zurückbekommt. Das bedeutet aber nicht, dass also die Art und Weise, wie wir es jetzt umgesetzt haben, nämlich, dass wir allen anderen verbieten, diese Sachen zu nutzen, damit die Person dann damit erstmal für ein paar Jahre Geld verdienen kann und dann zwingen wir sie irgendwann, das freizugeben und dann können es alle nutzen. Das ist eine schlecht gemachte Zwischenlösung. Und sie funktioniert schon jetzt nicht. Meistens. Wir sehen das daran, dass die Leute, die in der Musikindustrie besonders viel Geld machen, abgesehen von der absoluten Oberspitze, nicht diejenigen sind, die diese Musik machen, sondern die ZwischenhändlerInnen, die diese Musik verkaufen, lizenzieren und verkaufen. So ähnlich ist es jetzt zum Beispiel auch in der großen Tragik der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Obwohl die allermeisten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die meiste wissenschaftliche Forschung von öffentlicher Hand finanziert ist, gibt es starke Strukturen der Privatisierung der Ergebnisse. Die Privatisierung und zum Beispiel Patentierung von den Erkenntnissen dort. Und das Argument ist auch immer, wenn wir jetzt als Firma mit diesen Erkenntnissen, die hier gewonnen wurden, nicht Geld machen könnten, wovon wir dann einen kleinen Teil auch wieder in die Forschung reinstecken, dann würde es diese Forschung ja gar nicht geben. Irgendwer muss ja diese Forschung bezahlen. Und das ist genau dasselbe windige Argument wie vorher mit dem Urheberrecht. Wir sehen gerade nicht, dass die WissenschaftlerInnen reich werden von dem ganzen Kram. Gerade die nicht. Wir sehen gerade nicht, dass die Leute, die Patente erhalten, die sich das auch tatsächlich ausgedacht haben. Wobei man, wie gesagt, auch kritisieren kann, hat sich das überhaupt wirklich jemand ausgedacht? Also wenn ich erstmal zum Beispiel einen Doktor in Mikrobiologie gemacht habe, habe ich dann nicht auch schon so viel Gemeingut aufgenommen, aufgesogen, dass das, was dann im Grunde mein Gedankenprodukt wird, zum großen Teil auch einfach ein Neuarrangement dieser Gemeingüter ist und dementsprechend gar nicht unbedingt nur meine Einzelleistung. Das aber nur mal kurz beiseite. Wir sehen aber dennoch nicht, dass das Patent zum Beispiel diesen Leuten zugeschrieben wird oder dass die Urheberrechte tatsächlich bei den Leuten liegen, die etwas geschrieben oder verbreitet, also gefilmt haben, sondern das sind meistens Unternehmen, Dritte, InvestorInnen. Wir sehen also, dass das System auch schon nicht funktioniert und damit möchte ich im Grunde diesen Teil einmal zum Jahr abschließen. Das ist das, was ich meine. Wir brauchen ein System, in dem existenzielle Sicherung für Leute, die zum Beispiel kreativ schaffend sind, die WissenschaftlerInnen sind, dass die gut abgesichert sind. Denn die allermeisten Menschen, die die großen Dinge schaffen in unserer Gesellschaft oder auch weltweit, tun das nicht aus allererster Linie, weil sie damit stinkereich werden wollen, sondern sie tun das meistens, weil sie das aus einer intrinsischen Motivation heraus, da hatte Maya am Anfang auch kurz drüber gesprochen, oder und wenn wir im Grunde alles verkaufen und nur auf diese Richtung gehen, du machst das, damit du Geld bekommst und wenn du kein Geld bekommst, war es nichts wert, dann fallen wir in eine ganz schlimme Schiene rein, die zum Beispiel, ja, was das Arbeitsrecht anbelangt oder was, ja, Urheberrecht anbelangt. Gibt es dann Lösungsansätze für eine bessere Art der Verbreitung und zugleich der Versorgung von Autoren? Das ist, glaube ich, das genau, den habe ich jetzt gerade in meinem Kopf nach gefischt. Ich dachte, ich bin noch nicht fertig, aber es fühlt sich so fertig an. Das ist der Punkt, den ich vergessen habe. Ganz genau, sehr richtig. Meine Vision für zum Beispiel die nächsten RomanautorInnen. Was ist da mit den Leuten? Ich schreibe drei Jahre lang einen Roman und dann veröffentliche ich den und plötzlich ist der im Internet beliebt, alle Leute teilen das, aber ich sehe davon keinen Sinn. Was ist denn, wenn meine Band jetzt ein Album aufnimmt und wir, wir, ja, laden das hoch und dann hören sich das alle an. Es spielt in allen Radios, aber ja, was sehe ich denn davon? Oder auch Dinge, die zum Beispiel sehr viel größere Upfront-Investitionen erfordern. Zum Beispiel alle, kein einziger Pixar-Film wäre jemals entstanden, wenn es nicht vorher eine riesen Investition gegeben hätte, um zum Beispiel die Programme zu schreiben, mit denen dann dort die Animationen gemacht werden. Ähnlich, ja, gibt es viele Beispiele in dieser Hinsicht. Wir brauchen also als Gesellschaft andere Mechanismen, um diese Leute zu versorgen und ich stehe da, also erstmal auf einer, was die Leistungsgerechtigkeit und die Anerkennung angeht. Da möchte ich besonders abstellen auf zum Beispiel diese ganzen Lizenzmechanismen, die ich vorher angesprochen habe. Also es gibt ja die Möglichkeiten, das Urheberrecht so umzugestalten, dass halt nicht unbedingt die finanzielle, also der Verbot der Nutzung, das Verbot der Nutzung muss raus, aber dass dann natürlich immer noch notwendig ist, die Leute anzugeben und zu sagen, von wem habe ich das? Wer hat denn dieses Lied geschrieben? Wer hat denn dieses Buch geschrieben? Und dass dann darüber für diese Leute eine Einnahmequelle sich quasi ergibt, weil was würde dann, was wäre dann die Haupteinnahmequelle einer Band? wäre nicht das Verkaufen des Albums, weil sonst kann das keiner hören, sondern das wäre zum Beispiel das Spielen von Konzerten. Leute wollen sich diese Band gerne anhören und wollen gerne hören, wie die ihre Lieder spielt. Leute, die Bücher schreiben, würden dann wahrscheinlich mehr ihres Einkommens von Lesungen machen. Wenn die Leute sagen, gut, ich möchte jetzt aber hier dich hören, wie du sagst, was du zu diesem Buch dir gedacht hast, weil ich an deinen Gedanken interessiert bin, die dazu geführt haben, dass dieses Buch entsteht. Es ist mir schon klar, dass ganz viele von diesen Ansätzen im Grunde brotlose Kunst bedeuten für enorm viele Menschen, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, so läuft es jetzt auch schon. Also Leute, die sich jetzt zum Beispiel als KünstlerInnen in welcher Form auch immer oder als Intellektuelle oder Kreative in unserer Gesellschaft bewegen, die tun das in der Regel auf Kredit und auf die Hoffnung, dass irgendwas passiert, was in der Regel nicht eintrifft. Wir haben eine große Präkarisierung und deswegen glaube ich, dass der bessere Lösungsansatz wäre, eine allgemeine Existenzsicherung für alle, die es dann diesen Menschen einfacher machen würde, ein Monetarisierungskonzept für ihre eigenen Inhalte zu entwerfen, was nicht davon abhängt, dass ich den Zugang auf diese Inhalte grundsätzlich rechtlich beschränke. Und ich glaube, eigentlich ist damit schon sehr viel getan, wenn wir allein diese immensen Kosten mal wieder reinholen, die wir uns jetzt zum Beispiel dadurch einhandeln, dass zum Beispiel so enorm viele Rechtsstreitigkeiten darüber geführt werden, welche Version der Molltonleiter jetzt von welchem Lied kopiert wurde. Oder, und das ist für mich der viel wichtigere Punkt, der ganze kreative Content, die ganzen Bücher, die nicht geschrieben werden, die Arbeiten, die nicht geschrieben werden, die Lieder, die nicht geschrieben werden, die Videos, die nicht produziert und nicht verbreitet werden, weil wir eben diese Rechtsunsicherheit haben oder diese merkwürdige rechtliche Situation, wo wir eigentlich keinen freien Raum haben, wo wir gut auf andere Leute Inhalte zugreifen können. Aber ich glaube, es braucht starke Lizensierungssysteme und es braucht eine starke existenzielle Absicherung für alle Menschen, die sich dann in diesem Bereich bewegen. Ja, mit der Antwort würde ich es dann jetzt bewenden lassen. Das war das, was ich am Ende noch raushauen wollte. Ehrlich gesagt, es ist jetzt 21 Uhr, ich habe die ganze Zeit schon ein bisschen auf die Uhr geguckt. Ich war heute ein bisschen unsicher, ob ich tatsächlich die, ob ich überhaupt genug Material habe, weil heute ein spezieller Mensch bei mir im Haushalt Geburtstag hat und ja, da habe ich mich heute viel drum gekümmert und Grüße gehen raus. Und da war ich ein bisschen zittrig am Anfang, ob ich das diese Woche jetzt eigentlich alles so zusammenbekomme. Aber ich hoffe, man hat nicht gemerkt, dass ich das ein bisschen zusammengeschossen habe heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich freue mich, dass ihr jetzt diesen sehr theoretischen Part miterlebt habt und euch zu Gemüte geführt habt. Weiterhin, ich sage noch, was ich letzte Woche angemerkt habe, dass ich jetzt auf der Suche bin oder gerade dabei bin, Gäste anzusprechen, damit wir hier auch mal andere Gesichter sehen als meins, damit das hier nicht nur so eine reine One-Man-Show wird und damit wir uns auch im grünen Kontext, aber auch außerhalb der grünen Partei, vielleicht ein bisschen vernetzen. Da bin ich dran und ich freue mich darauf, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Also ich wünsche euch eine gute Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.